ALT Sucht und süchtig in euren Ohren. Es ist vermutlich 18 Uhr am Mittwoch in der ARD Audiothek. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Hagen Decker und noch jemand anderem, aber dazu kommen wir später. Hagen, wie geht es dir denn, mein Lieber? Ja, heute sehr, sehr gut. Ja, das ist ja so, wenn wir uns sehen, dann ist das meistens eine sehr schöne Zeit. Hallo alle da draußen, schön, dass ihr da seid. Ich grüße euch. Ich bin Olaf und ich umarme gerne. Ja, das stimmt. Aber wir wissen, mit Schnee hat er nicht mehr so viel zu tun. Wir haben ein paar Nachrichten bekommen, wo wir gehört werden. Und es ist doch auch so viel so in der Küche, beim Aufräumen, auch zum Einschlafen, aber in allen möglichen Lebenssituationen. Das ist schön, bitte schreibt uns weiter, wo ihr diesen Podcast hört. Es ist einfach irgendwie mal schön zu lesen. Aber schon auch viel nebenbei, von wo ich letztes Mal gar nicht dachte, dass das so ist. Aber natürlich, ja klar, Podcasts hört man, die Frage ist, wie investiert man, ist man dabei? Ja, und die Frage ist, was macht man nebenbei? Räumt man nebenbei auf oder hört man nebenbei den Podcast? Ah, okay. Ja, das ist nochmal die Sache. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, mein Lieber. Nur gut reicht hier nicht aus. Ja, ja. Gut ist kein Gefühl, John. Vielleicht kannst du uns doch nochmal abholen, wie man auf Therapie damit umgeht. Wenn jemand in der Befindlichkeit sagt, mir geht es gut. Was sagt dann die Therapeutin? Na ja, es wird halt so vor, was du gerade sagtest, gut ist kein Gefühl. Ja. Man soll da ein bisschen tiefer kramen. Also wir wurden im Haus Lenné in so einem kleinen Kurs auch über die Gefühle aufgeklärt. Also über Primär- und Sekundär-Emotionen, über Pseudo-Emotionen gab es noch, Pseudo-Gefühle. Da werden wir auch mal eine Folge drüber machen, denke ich. Oh ja. Sehr interessant. Oder ihr kommt live zu unserem Programm Mensch sucht Gefühle. Da geht es auch darum. Genau. Besprechen wir auch auf der Tour. Es gibt übrigens auch noch Karten für Köln, für Frankfurt. Und genau. Da könnt ihr uns gerne sehen. Da sprechen müssen wir über Gefühle. Aber genau gut reicht da nicht aus. Auch deshalb finde ich es Therapie so empfehlenswert, weil man eben lernt überhaupt zu verstehen, zu identifizieren, was man fühlt und wie man es dann auch richtig ausdrückt. Und das ist ja auch eine Sache, die immer wieder wirklich interessant ist, finde ich, wie es anderen Menschen wirklich geht. Es ist was, wo man eigentlich nicht so häufig drüber redet im Real Life, außerhalb der Therapie. Deshalb genieße ich auch immer sehr, mit dir hier diese Befindlichkeit zu machen. Hast du das denn schnell lernen können, wenn du an deine ersten Gruppen zurückdenkst? Das interessiert mich gerade schon. Weil ich habe mitbekommen, mir ist das sehr leicht gefallen. Wie war das für dich? Da hast du auch gestruggelt, wie viele andere auch, die zum ersten Mal im Kreis sitzen und sagen, boah, ich kenne euch gar nicht. Jetzt muss ich über meine Gefühle reden. Das ist ja schon ein Riesenschritt, wovor, glaube ich, auch viele Angst haben, wenn die das Wort Therapie hören. Ja, bei mir ist Sache, ich war so früh schon in Therapiegruppen, dass ich das nicht mehr so ganz recallen kann, wie das für mich genau war. Ich weiß, dass es für mich immer einen krassen Unterschied gemacht hat, ob ich gerade in der Phase bin, wo ich das ernst nehme, die Therapie, oder halt nicht. Also genauso wie ich auch mit Therapeuten viel Gesprächswettbewerbe gefühlt habe, wo es mir mehr darum ging, zu quatschen und vielleicht zu kontern oder was sozusagen so auszulegen, wie ich es in dem Moment möchte, anstatt ehrlich über mich zu sprechen und mich wirklich zu öffnen. Und ich glaube, so ist es ja auch mit den Gefühlen. Also ich habe sicherlich schon sehr oft damals in Gruppen einfach Dinge gesagt, die nicht unbedingt nicht stimmen, aber es halt in eine Richtung gelenkt, die mir gerade passt oder gefällt. Und jetzt hier, was wir in diesem Podcast ja auch machen, dass wir da ganz, ganz ehrlich rangehen, das ist halt das Einzige, was einem auch was bringt, merke ich. Weil du ja auch in dem Moment, wo ich meine Gefühle versuche zu erspüren und zu identifizieren, erst da weiß ich ja eigentlich, wie es mir geht. Und davor läuft das ja irgendwie so nebenbei im Hintergrund ab und ich spüre halt irgendwie, okay, irgendwas ist nicht so cool oder ich fühle mich gut, aber das ist ja eben gar nicht das Wahre dahinter. Man muss sich schon auch Gedanken machen. Also die Frage, wie geht es dir, ist eine Frage, über die man eigentlich auch kurz nachdenken muss. Es ist nichts, was man wie aus der Pistole geschossen einfach parat hat, sondern man muss da auch mal in sich reinfühlen und sich auch kurz diese Zeit nehmen. Und ich glaube, genau deshalb ist es ja auch in diesem Smalltalk nicht üblich, dass man die echten Gefühle sagt, weil es einfach auch Zeit braucht. Die Antwort braucht Zeit, weil ein Wort reicht nie aus und man muss natürlich erst mal reinfühlen. Ich finde immer auch spannend bei, wie geht es dir, gut, gut ist kein Gefühl. Dann kommt aber um, die Therapeuten wollen einem ja auch helfen am Anfang und unterstützen. Und dann fand ich immer sehr, sehr süß, weiß ich noch, wie dann gesagt wurde, ja, aber okay, was macht denn den Tag heute zu einem guten Tag? Kennst du das? Ja, ja. Was macht es denn heute zu einem guten Tag, wenn du gut schon sagst, aber gehen wir da mal rein und dann ist schön, wie durch diese kleine Brücke dann die Menschen sich dann doch öffnen und dann kommt ja auch das, warum es gut ist oder eben auch schlecht. Ja, warum ist es denn bei dir gut? Es ist gut, weil wir schon seit einigen Stunden zusammen sind heute und wie wir schon öfter auch angedeutet haben, ist das ja ein absoluter sicherer Rahmen, wenn wir uns miteinander befinden, uns mit Sucht und Süchtig beschäftigen, unseren Aktivitäten, unseren Vorhaben, unseren Wünschen. Und was dieses Projekt angeht und dann ist einfach ausgeschlossen, dass der Onkel, den wir beide ja bekämpfen, der ist in dem Moment taub. Ne, nicht taub, stumm. Vielleicht aber auch taub. Wobei, er sollte lieber mal zuhören, dann kommt er vielleicht weniger, aber der ist dann nicht dabei. Und so fühlt sich das innen drin an, wenn wir Zeit verbringen, weil es einfach dann, es geht ja darum, den Onkel zu bekämpfen, für uns, aber natürlich auch auf der Meta-Ebene für alle anderen irgendwie, das ist ja unser Wunsch. Und das ist das, aber ja, und weil ich gut gehandelt habe, also bei meinem ersten Beispiel, was ich diese Woche erlebt habe, das zweite ist leider sehr, sehr traurig, aber das erste war, wir reden ja oft von einem Autopilot. Das wird auch in der Therapie gerne benutzt, das Wort, es ist natürlich sehr verkürzt, es geht darum, wenn man Suchtdruck hat und seine Skillketten nicht anwendet oder von denen noch nicht weiß, also in der aktiven Sucht noch vor Therapie, so würde ich sagen, wenn dann der Drang nach der Substanz kommt, schaltet sich der Autopilot ein und ja, dann belügt man zum Beispiel Leute, um Geld zu akquirieren, was man eigentlich nie tun würde. Nur es ist dann eben ein Grundbedürfnis, es ist wichtig, haben wir ja alle schon oft drüber gesprochen, was da auch alles im Gehirn überbrückt wird, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, John, was wird da genau überbrückt? Kleine Abfrage, fand ich mal, Götz wird sich freuen, liebe Grüße. Also naja, unser Zentrum für, was sozusagen den Verstand kontrolliert wird, das ist der frontale Kortex. Der präfrontale Kortex? Der präfrontale Kortex, sorry, ich habe ihn gerade nicht prä genug im Kopf gehabt, der ist halt schon sehr präfrontal. Nee genau, der wird überbrückt, das kann man auch über bildgebende Verfahren sich anschauen, dass dort sozusagen neue Wege erstellt werden im Hirn, die direkt ins Belohnungszentrum gehen. Ja genau. Und ich habe aber jetzt einen neuen Autopilot gehabt und darüber war ich sehr stolz, nämlich genau das Gegenteil. Ich bin auf eine Party gegangen und wir sagen immer, man muss achtsam sein, man muss überlegen, was macht man, wenn dieses und jenes passiert. Und ich sagte, okay, ich kann jetzt ja nicht den Rest meines Lebens nie wieder auf irgendeine Party gehen, weil ich abhängig bin nicht, aber ich muss mich ja beschützen. Warte mal, eine Party? Eine Homeparty, zu Hause, in der Wohnung. Und ich habe gehört aber, dass da vielleicht der eine oder andere konsumiert. Also ich habe die Frage natürlich, sind dort Menschen, die konsumieren? Wenn du mir sagst, das ist eine reine Konsumparty, dann komme ich auf gar keinen Fall mit. Also so. Aber wenn man jetzt sagt, das sind jetzt Freunde von mir mit Freunden von Fünfecken, ja, also kann ich ja nie wieder mit hingehen. Und ich fühlte mich jetzt auch nach zwei Jahren absolut mal in der Lage, mal zu sowas mitzugehen, aber mit einem ganz karren Plan vorher. Du brauchst immer eine Exit-Strategie. Du darfst dich nicht der, das haben wir ja gelernt auf Therapie, darfst dich nicht der Situation hingehen und dann, egal was passiert, gucke ich dann. Nein, das geht ja bei uns nicht als Süchtiger, denn dann schaltet sich vielleicht der falsche Autopilot ein, ne? Mir war klar, sobald ich jemanden intoxikiert sehe auf einer Substanz, auch vielleicht, nicht vielleicht, auch wenn jemand stark alkoholisiert ist, dann möchte ich gehen. Ja. So, Punkt eins, weil ich kann nicht, ja, wenn ich die Straße lag laufe, da sind bedrohene Menschen, dann kann ich ja steuern, da vorbeizulaufen. Auf einer Hausparty bin ich ja mit dem in einem Raum und das ist mir einfach unangenehm, denn ich würde gerne Menschen treffen und nicht deren Onkel. Weißt du? Absolut. Die andere Version. Würdest du dann auch sowas, also würde dich das auch triggern im Sinne von, dass du auch gerne in diesem Zustand wärst? Das könnte sein, ja klar. Ja, wobei, ich hab ja diesen tiefen Schmerz in mir und ich bin dann eher, das klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber wenn ich Menschen sehe, die intoxikiert sind, hab ich einfach, ehrlich gesagt, sehr viel Mitgefühl. Und denk so, auch wenn der vielleicht auch Spaß trinkt, was weiß ich, ich apostrophiere jetzt mal, keine Ahnung, ich kann mich ja nicht alle reinversetzen, das ist ja auch nicht mein Job, ich muss mich um mich kümmern, aber ich denk immer so, oh, wenn du jetzt schon um 8 Uhr so betrunken bist, also vielleicht ist ja auch nicht alles korrekt. Das wirkt auch nicht so beneidenswert. Nee, genau, genau. Stark intoxikierte Menschen. Ja, ich glaub, das triggert mich nicht, ich bin eher so, oh, ich will dann aber trotzdem den Raum verlassen, A, wegen der Intoxikiertheit, aber auch B, wegen vielleicht diesen negativen Energien, ja, weil ich versuch ja in die Balance zu kommen und wenn man dann so viele Menschen um sich rum hat, die vielleicht nicht in der Balance sind, also das ist jetzt nur oberflächlich aus meiner Perspektive, damit will ich nicht verurteilen, wenn Menschen ihr Recht auf Rausch wahrnehmen, wenn das irgendwie, keine Ahnung, gesund passiert, aber gibt's das überhaupt? Darüber werden wir hier noch viel philosophieren werden, aber pass auf, also Punkt 1 war Menschen, Punkt 2 war natürlich, John, rate mal, wann geh ich auch sofort? Wenn die Frauen nicht hübsch genug sind, ich weiß nicht genau, was damit tut, nee, sag mal, ich stehe auf dem Schlacht. Wenn die Substanz zu sehen ist. Okay, gut, ja, das ist ja klar, das hängt ja konkret zusammen mit dem Intoxikiertsein. Naja, die Intoxikiert sind, aber... Ja, ja, okay, soweit hab ich jetzt nicht. Und das war, und ich hab dann auch zu den Menschen, mit denen ich dort hingegangen bin, gesagt, wenn eins der beiden Sachen passiert, werde ich euch nicht Tschüss sagen, sondern ich gehe dann sofort. Ja, ich mach dann keine Runde und will Leuten was erklären, weil ich wurde vorgestellt dort auch als... Gerade wenn man die Substanz sieht, dann muss man ja auch sofort gehen, weil das wäre was, was ja, also da, ich weiß gar nicht, ob man jemals stark genug dafür ist, jetzt gerade bei Korin. Ja, ganz ehrlich, ja. Also, genau, das ist halt so ein ganz klarer Problem. Und, ähm, das waren so die zwei Haupt-, also das war die zwei, was mach ich dann, und das ist gar klar, ich sage euch nicht Tschüss, ich gehe dann, äh, auch ohne, also ich muss jetzt auch keinen Blickkontakt finden, sondern ich bin dann weg, weil, ja, ich muss aus der Situation raus, dann schreibe ich euch eine Nachricht, ey, ich musste gehen, und dann könnt ihr überlegen, ob ihr bleiben wollt, oder ob, äh, ob ihr mit mir was anderes machen möchtet, so, ne? Ich hab auch gesagt, ich kann auch alleine ins Kino gehen und guck nochmal Dune 2, übrigens sehr guter Film, ein Meisterwerk der letzten 10 Jahre. Das hab ich schon sehr häufig jetzt gehört. Pass auf, und das gehört aber auch zur Exit-Strategie, wenn ich gehe, ich hab mir vorher schon rausgeguckt, weil die anderen können doch einen Abend haben dort, ja? Ich meine, der Freundeskreis, mit dem ich da war, konsumiert jetzt nicht, so, aber, die, kannst ja nicht kontrollieren, wer da ist. Ja, klar. So, ne, also, weil wir schon mal gesagt haben, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hänge mit Leuten ab, die konsumieren, so ist es, also, niemand, den ich treffe, konsumiert, so, wo man das besprechen kann. Ähm, äh, ich weiß ja nicht über jeden Bescheid, ne, aber jetzt Freunde, ähm, nur auf dieser Party eben. Und meine andere Exit-Strategie war gehen und ins Kino gehen. So, also ich war sehr safe mit dem Gedanken. Ich komm da rein, ich mach meine Kippe an, ich sag, hallo, ich seh die Substanz. Okay, krass. Auf der Küche, auf dem Teller. Echter, sogar. Ja. Berlin. Ja. Willkommen. Ja. Und ich war so stolz, ich hab, ähm, ich hab die Kippe, also ich hatte angemacht, gezogen, ich war dort nicht eine Minute in der Wohnung, ne. Du weißt doch, alle sind in der Küche und rauchen, so kenn ich das ja auch von früher. Ja. Und ich seh die Substanz, da liegen, den Endgegner, John, der Endgegner. Das ist echt krass, ja. Schön, wie man sich das vorstellt, ich sag jetzt das Wort nicht, ne, wie man, wie die Substanz halt da liegt, meine Substanz Kokain. Ja. Mit allem Präparierzeug, was da so dazugehört. Und, ähm, ich hab richtig gemerkt, wie, wie mir wurde heiß, leicht schwindelig, weil ich hab ja nie wieder die Substanz gesehen. Weißt du? Und ich bin gegangen. Sofort. Sehr gut, ja. Ich war unten und hab erst mal, ich hab richtig krass geweint. Und zwar, weil, aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen war ich unfassbar stolz auf mich. Ja, ich bin auch. Und das war so krass, das war so krass überwältigend. Und ich war zum ersten Mal, war ich in dieser Situation und der Autopilot, der, der gute Autopilot, also, aber ich hab mich auch vorher krass damit beschäftigt. Über Stunden. Ja. Ja, weil ich wollte auch mal mit meinem Freundeskreis mitgehen, wie gesagt, wo eben keiner konsumiert. Aber ich hab gesagt, vielleicht könnte da jemand sein. Und das ist aber, jetzt könnte man draußen sagen, ja, aber dann darfst du auch, nee, man muss, ich kann ja, ich muss weiter am Leben teilnehmen. Nur, ich muss eben aufpassen auf mich. Und das war völlig gut. Also, ich fand, war sehr glücklich. Mega, dass du das so gestern hast. Ja, ja, und dann war ich, ja, ich hab dann geweiht und vor allen Dingen, weil, warum ich am traurigsten war, war, weil die, was da halt lag, ist ja verantwortlich für ganz viele schlimme Dinge in meinem Leben. Ja, klar. Zum Beispiel die eigene Familie zu verlieren, so. Seine Kinder nicht mehr täglich zu sehen und. Ist nicht nur der Endboss, halt auch der Erzfeind. Ja, genau, genau. Und, ähm, das war, boah, ich war so erleichtert dann. Und dann, äh, das Schöne war, dass dann auch alle anderen auch gegangen sind, die mit mir da waren. Ach, krass. Ja. Krass. Weil die auch keinen Bock auf Konsum haben. Ja, sehr gut. Das war dann, das fand ich sogar schön. Ja. So, weil, so, ey, die Stimmung oben, die wollen alle nur konsumieren. Das war aber vorher nicht so klar, verstehst du? Ja, ja. Also, sonst wären wir auch nicht hingegangen, nur, viele Partys laufen eben so ab. Ich meine, da reden wir vielleicht heute später nochmal drüber, über Berlin. Ja. Aber, ähm, das war ganz toll, ne. Aber so ein offener Konsum, also, klar, wird's ja offen konsumiert, ja, das ist ja klar. Aber ich, auch von Homepartys, ist es, also, erinnere ich mich jetzt nicht daran, dass es gang und gäbe war, dass es dann schon sozusagen vorbereitet rumsteht. Das war halt jetzt außergewöhnlich, ne, aber kannst du mich vielleicht mal mitnehmen, wie würdest du, also, wärst du denn von vornherein auch mal, mitgegangen, mit, wenn du willst, oder wie hättest du dich auf so eine Art vorbereitet, oder? Auf eine Party erst? Ja. Ja, sehr, also, genauso. Wenn Freunde sagen, da ist eine Party, ja, sag mal. Also, genauso wie du eigentlich. Ja. Ich kann da ja gar nicht so viel sagen, weil ich finde es genau richtig, es braucht auf jeden Fall eine Exit-Strategie. Ja. Es, ja, also, ich kann dem gar nichts sozusagen hinzufügen. Ich glaube, genau wie du sagst, du musst einfach wissen, was mache ich, wenn ich die Substanz sehe, was mache ich, wenn, ja, eigentlich egal, wenn ich irgendwie konfrontiert werde mit der Substanz, ob es jemand ist, der superintoxikiert ist, ja, mit meiner Präferenzsubstanz, also, wenn ich das an den Augen krass erkenne, oder, äh, wenn ich die Substanz direkt sehe, dann muss klar sein, was dann getan wird. Und eigentlich, es bleiben ja keine Optionen. Nee. Frag keinen Fall. Ja, da ist ja, es geht halt nicht, dafür ist da zu viel Macht drin, ja, ich fand es sehr schön, Sick hat letztens auf eines unserer Videos reacted, also Sick von Strohsteinpapier, und er hat auch nochmal diese krasse Macht von Kokain beschrieben, wie es das Leben übernimmt, wie, ja, wie es einfach, also es kommt ins Leben und ist dann plötzlich, dann ist es nicht mehr dein Leben. So, und das hat er sehr gut beschrieben, finde ich, in diesem Video, und, äh, genauso ist es ja auch, wenn man die Substanz sieht, so, dann muss man weg. Also, äh, es geht nicht an, man muss auch nicht, ich, ich hab auch oft schon Leute sagen hören, so, ja, ich, weiß nicht, ich hab jetzt eine Entgiftung gemacht und jetzt teste ich mal aus, wie das ist und, und setz mich dem aus. Macht es nicht, setzt euch niemals den Anblick von Kokain aus, wenn ihr kokainabhängig seid, so, genauso mit allen anderen Substanzen auch, das ist der falscheste Weg, den man machen kann, also, klar, es ist super problematisch mit Alkohol und es wird auch jetzt mit Marihuana super problematisch werden für die Leute, aber nicht, nicht das Risiko suchen, um sich selber Stärke zu beweisen, wie, so funktioniert es nicht, das ist nicht nötig, das ist sehr richtig gemacht. Guter Punkt, weil ich hätte, ich hab oft überlegt, hätte ich vielleicht gar nicht erst mitgehen sollen, ja, aber es ist halt auch, ich meine, dann kann ich auch nicht in irgendein Restaurant gehen, weil da Kokain-Krümel auf dem Klo liegen, weißt du, also, wo fängt man an, wollt man auf? Ja, ja, das ist nicht die Lösung. Ich seh schon wieder die 100 Nachrichten, ja, du darfst doch, wenn du das einmal, da darfst du ja nicht hingehen, aber, also, wenn ich auch, ich denk dann auch an meine Therapeuten und die sagen, nein, du musst ja auch, wir müssen am Leben teilnehmen, nur du brauchst eine Strategie und nach zwei, man sollte das nicht machen nach sechs Monaten nach der Therapie, ja, dann würde ich sagen, geh mal nicht auch mit auf die Party, wenn du da will, aber nach zwei Jahren, ich muss ja irgendwann, weißt du, meine, ich hab gelernt zu schwimmen auf Therapie, dann muss ich jetzt auch mal schwimmen im tiefen Gewässer. Die Einflüsse sind ja überall da, ich muss ja weitermachen, ich kann ja nicht mich immer nur einschließen, dann, was ist denn das für ein Leben? Schwimmen, ja, man muss halt nicht unbedingt in haiverseuchtes Wasser gehen. Genau, genau, ja, wenn das schüttt, ab hier Haie, dann schwimme ich halt drumherum. Und die verkaufen außerdem auch Schlechtbrüger Berlin, kann ich nochmal ganz kurz eingehen auf die letzte Story. Übrigens, da möchte ich aber ganz kurz was, kann ich ganz kurz sagen, weil viele sich, glaube ich, auch sozusagen als lustig empfinden, das war nicht lustig. Ja, das war eine der schlimmsten Situationen in meinem Leben, als ich diesem Haie Präger Berlin abkaufen wollte, es war grauenhaft, ich stand auf diesen Klippen, das Wasser war flach, der Haie zappelte vor mir mit seinem schrecklichen Gebiss, hatte irgendwie dieses Präger Berlin an sich befestigt. Um Hals hast du mir gesagt? Ja, also um den High Hals, den man sich jetzt irgendwie vorstellen kann, keine Ahnung, es war nicht lustig, es war grauenhaft, es war schrecklich, ich bin aufgewacht, ich habe geheult, ich war verschwitzt, ich war fertig mit den Nerven, es war nicht gut. Nur mal ganz kurz, so viel dazu. Ich glaube, Eva von Juli hat das kommentiert, liebe Grüße an Eva Briegel, wird auch demnächst hier zu Gast sein, da geht es dann viel um die Popmusik der 2010er Jahre und wie denn die Künstler mich am Set als intoxikierten Regisseur wahrgenommen haben. War eine geile Zeit, habe ich gehört. Nicht schlecht, aber ich war ja am Set nicht intoxikierten, so oft gesagt, aber immer drum rum, aber der Danke, dass du das, ich denke auch, ich habe alles richtig gemacht an dem Tag, also auch die Entscheidung dahin zu gehen, denn es war nicht klar, also es kann eben sein, muss aber nicht und nur weil es sein kann, kann ich mich ja nicht einschließen. Das war also ein guter Autopilot und dass der so funktioniert hat, war ich unfassbar stolz. Sehr gut. Ich habe noch eine Sache. Ja, go ahead. Und zwar war ich in einem Café und habe einen Kaffee getrunken und dann kam jemand rein, der nach Geld gefragt hat, aber ohne Zeitung, also ne. Ja, ja. Und der sah, ich habe schon auf den ersten Blick gedacht, der sieht anders aus als die, als was man so gewohnt ist, ja. Viel, also die, also offensichtlich obdachlos, ja, aber noch nicht lange. Also es waren gute Sachen, auch von der Farbkombi und ich will jetzt nicht jemanden verurteilen, der schon länger obdachlos ist, ich will nur euch das Bild beschreiben. Es war also klar, da ist jemand derbe abgerutscht, aber noch nicht so lange und keiner gibt ihm was. Und dann ist er an meinem Tisch und ich so, ja, ja, klar, klar, weil ich gebe meistens, also 90 Prozent, wenn ich was habe, weil ich habe auch schon, also ich war nicht im Café, aber ich habe nachts intoxikiert, völlig pleite und mich nicht nach Hause getraut. Und, ähm, habe ich, äh, den Fußboden in meinem ganzen Kiez nach Geld abgesucht, ja, um Zigaretten zu kaufen oder ein... Ja, hast du mal was gefunden? Ja, schon, ab und zu, aber nicht viel, ja. Von daher kenne ich dieses, ähm, konnte mich krass reinfühlen in diese Situation, diese, diese tiefe, tiefe Traurigkeit und Hilflosigkeit. Und ich, man geht ja, derjenige geht ja dann auch schnell weiter, wenn der Tisch nicht reagiert und ich finde, wir als Gesellschaft sind da auch richtig hart, ähm, auch wie da weggewunken wird und, oh Mann, ey, ich hatte kein Kleingeld. Und dann geht er weiter und ich sitze da aber schon und irgendwie schießt es mir schon, die Emotionen haben mich überwältigt, so, weil, ja, ich bin sehr empathisch und dann habe ich mich, da sehe ich mich ja auch, ja. Das ist wie der Blick in die Vergangenheit, oh Gott, was machst du jetzt, was machst du jetzt, was machst du jetzt, du kannst dich nicht einfach gehen lassen und dann habe ich, ich hatte aber ja eine Karte, äh, also ich wollte meinen Kaffee auch mit Karte zahlen, ich gehe vor und sag so, hey, ich, ähm, ich, ähm, ich kann dir kein Geld geben, aber ich kann dir was, ähm, was zu essen kaufen. Ja. So, und dann, ne, was hat er gesagt, John? Also ich weiß ja, was er gesagt hat, er hat ja keinen Hunger. Du weißt ja, ich hab keinen Hunger. Genau, du weißt, also du weißt, hat er nicht gesagt, aber, also ich, ich, ich hab keinen Hunger. Und ich wusste ja, warum er keinen Hunger hat. Ja, klar, ja. Also wir, ich hatte auch nie Hunger. Ja. Ja, ich hab zweimal was gegessen in der Wohnung. Genau, aber dann anderen Hunger. Ja, und, ähm, dann will er wieder gehen und dann sag ich so, hey, dann, 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 dann sagt er, ey, kannst du mir eine Cola kaufen? Dann hab ich ihm eine Cola gekauft und dann, ähm, dann ist er gegangen und ich stehe da so und bin dann völlig, äh, in mir zusammengefallen. Weil dieser Mensch so, also wir haben uns dann in die Augen kurz geguckt und er konnte mir aber nicht wirklich in die Augen gucken. Mhm. Aber diesen einen Moment, wo wir uns angeschaut haben, ja, das wirst du kennen, John, dass wir, wir, ich jetzt sag ich mal, wir Süchtigen, wir wissen halt dann auch in diesem Blick, was der andere gerade durchmacht. Ja, ja, ob das ist nicht, äh, wenn du die gleiche Krankheit hast, so. Ja, und, ähm, dann hab ich mich wieder hingesetzt und hab ganz lange gebraucht, um, weil für mich ist, war dieser Mensch, A, natürlich ist er am ganz schlimmen Punkt in seinem Leben, so, ähm, wo der Konsum die Lösung für alles ist und, äh, und er ganz viel verloren hat und ich sehe halt aber da auch meine Vergangenheit und ich hab in ihm meine Zukunft gesehen, wenn ich wieder konsumiere. Ja, 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 und das war ganz, ganz schlimm für mich, äh, da auch die Zukunft, also, das ist ja die Zukunft von uns allen, wenn wir wieder konsumieren. Ja, und da geht's auch viel schneller hin, als man denkt. Gerade jetzt nach einer Abstinenz, genau. Und, ähm, ich möchte nochmal, ja, nee, das war eigentlich die Geschichte. Hat mich, äh, ich war so, und dann bist du wieder, ich meine, wir kannten uns ja gar nicht, aber du bist, du bist als Angehöriger so unfassbar, ich geh jetzt mal kurz weiter, du bist einfach so unfassbar hilflos. Ja, weil, der ist ja gerade gar nicht Süchtige, die auf Suchtdruck oder in, ähm, beim Runterkommen weiter, du bist einfach, ich hab mich so krass an, also meine, die Jahre der Vergangenheit in der aktiven Sucht, die haben mich so eingeholt in dem Moment. Dieses, dieses Fremdgesteuerte, diese, diese Gier, diese, all diese Gefühle, die er gerade hatte, die haben mich so eingeholt, das hat mich so durchgeschauert. Und ich war in dem natürlich dankbar, dass es mir gerade nicht so geht, aber es hat mir auch richtig Angst gemacht, dass es mir hoffentlich bitte nie wieder so geht. Und mich auch unfassbar traurig gemacht, dass es so vielen Menschen so geht. Deswegen sitzen wir ja hier, ja. Absolut. Und ich will nochmal appellieren an alle, die Aufklärungsarbeit betreiben, das gibt ja viele, lasst uns nicht im Kleinkrieg hier untergehen, ob man jetzt genesen ist oder geheilt oder, also bitte. Es geht darum, dass Leute nicht konsumieren und mit welcher Einstellung man dann rausgeht, ob man sagt, ich bin geheilt oder ich bin genesen, das ist doch erstmal irrelevant. Ja, das können Mediziner erklären, das müssen machen nicht wir, John. Aber lasst uns darüber kämpfen, dass wir aufklären, wie gefährlich Substanzen sind und nicht jetzt in der Podcast-Welt, die über, die clean werden möchte, sich jetzt da noch antexten irgendwie. Das war ja bei uns mal Thema vor ein paar Tagen auf unserer Seite. Ja, das ist bei uns um Wördings streiten. Dieser Mensch, den ich da getroffen habe, der war meine Vergangenheit und könnte meine Zukunft sein und darum geht es so. Wie krass es auch ist, dass man dann den Weg geht, der, also erstmal Hagen, ich liebe einfach dein Herz. Ja, ich will es mal ganz kurz sagen, dass du einfach bist, also dass du da so mitfühlst, ja, und das so auch für dich reflektierst und so, finde ich, finde ich sehr beeindruckend. Ja, danke für dich. Ich finde es so krass, dass es einfach dann auch diese Selbstverniedrigung gibt, dass man dann, wie du sagst, die Straße entlangläuft mit dem Blick nach Geld, was ja auch von außen leicht zu erkennen ist. Oder halt auch wirklich doch den Schritt geht, andere Menschen anzupumpen, was ja total okay ist, aber halt mit der Intention, seinen Onkel zu füttern, weil man einfach diesen Kampf verliert in dem Moment. Ja. Das ist, finde ich, auch, also, das ist schon irgendwie einfach krass. Ich habe letztens auch mit jemandem gesprochen am Bahnhof, der auch gefragt hat, der hat konkret direkt nach was zu essen gefragt. Ja. Und da laufen natürlich auch erstmal alle vorbei, ja, wo ich immer schon denke, wie kann man jemandem kein fucking Brötchen kaufen, sowas los. Ja, ich mach das auch. Ja, also ich finde auch, ich will dann alle appellieren, so, ey, gebt halt 250 Ausführungen, dem meine Güte, ja. Aber also, wenn ihr kein Geld geben wollt, dann kauft ihr was zu essen. Genau, das ist, also, sorry, ne, das kriegen wir mal hin, das können wir mal hinkriegen. Ja, das denke ich auch. Ja. Und ich habe den dann auch, dann habe ich ihm was gehofft und habe gefragt, was nimmst du so, weil es war halt klar, dass er sozusagen auch irgendwie, also, dass er drin ist halt, ne, in der Szene. In der Abhängigkeit meinst du auch, ne? Ja, aber es war auch klar, dass er sozusagen, also, in dieser, ich finde, man erkennt es zum Beispiel bei der Heroin-Szene oder so, das kann man auch teilweise so ein bisschen zuordnen, ne. Habe ihn so gefragt und da meinte er auch, ja, Heroin und bla, und hat dann so ein bisschen erzählt und es war auch so krass, weil dann sagt er auch, dass, irgendwie auch vor ein paar Monaten und dann lag er halt draußen, hat gepennt, dann ist dein Zeh abgefroren und wurde, musste dann entfernt werden und so. Und man denkt so, oh Gott, diese Geschichten auch, ja. Von, also, es ist so schlimm, was, was die, was so eine Abhängigkeit einfach macht mit Menschen, ja. Du verlierst Körperteile und, und, und trotzdem bleibt man da drin, weil es so ein Teufelskreislauf ist, der so, also, weil so viel Schlimmes dann ist, es bringt dir auch immer so viel Schlimmes mit, der Konsum, ja, dann, dann sind dir auch, bist ja wieder dein Geld los, hast nichts zu essen, der Körper ist nicht versorgt, na klar, passiert dann auch noch mehr im Körper sozusagen, der Schaden nimmt nur zu und es war ganz, ganz schlimm und da habe ich, also ich, ja genau, ich habe gerade daran gedacht, so wie krass diese Begegnungen teilweise sind. Ja, muss man, geht einem immer sehr nahe, geht mir auch sehr nahe. Ja, und ich möchte nochmal sagen, dass, ähm, wenn ihr, vielleicht, also jetzt mal in dem konkreten Beispiel, wenn ihr wisst, eure Therapie beginnt erst in drei Monaten, manchmal muss man ja eben zwei, drei Monate warten auf eine stationäre, aber, ähm, zu Hause ist alles ganz furchtbar und, ähm, ihr wurdet vielleicht die Wohnung verloren, es gibt in Berlin Einrichtungen, in denen man dann clean leben kann. Ich weiß, das ist jetzt nicht für jeden die Lösung gewesen und man entscheidet sich dann auch vielleicht für die Substanz, aber John und ich waren zum Beispiel in der Übergangseinrichtung. Ja, wir hatten eine gute Zeit auch, da haben wir uns einfach gemacht. Man kann sich übrigens auch oft selber eine gute Zeit machen, ja, nur mal als kleiner Tipp. Ich will nur sagen, ich war ja damals in der Situation ohne Wohnung, dass ich ja dann, deswegen hat mich das auch so mitgenommen, ich wäre ja dann auf der Straße gelandet, ohne diese Einrichtung. Ich auch, glaube ich, ja. Und, ähm, ja, guck, das Hilfesystem, das, ähm, das kann schon ganz gut, äh, auffangen, so. Ja, auf jeden Fall. So, dann befinde ich, äh, ich auch noch ganz kurz und dann haben wir nämlich einen ganz wundervollen Gastarien organisiert. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, also bei mir ist es gerade so, dass ich leider wieder realisieren musste, dass eine Depression auch nicht mit einer Woche Kur zu regeln ist. Ja, ich merke, ich bin da doch einfach gerade, äh, ja, emotional drin, in einer Phase, wo ich so unzufrieden bin, dass es mein Leben stark beeinträchtigt, aber ich weiß nicht warum. Und das ist ja quasi Depressionen per Definition. Also ich kriege einfach meine einfache Sachen, also ich meine, ich habe es jetzt schon oft thematisiert, ja, aber es ist halt nun mal etwas, was in meinem Leben eine Rolle spielt. Und es ist auch klar, ich habe mich jetzt, ich habe mich um vieles gekümmert, bin abstinent und alles, aber natürlich ist nicht alles einfach schnell weg, beziehungsweise gerade so eine Depression kommt ja in Episoden auch einfach zurück. Äh, und ich muss mich da auch wirklich so richtig ernsthaft drum kümmern. Ich verpasse Termine, äh, ich bin, äh, also ich, ich komme meinen elterlichen Pflichten gut nach, aber auch da bin ich einfach nicht zufrieden, so, ja, und, und schaffe es einfach nicht so, wie ich es einfach gerne will. Ja, ich habe da einfach, äh, ja, ich muss einfach nochmal mich weiter behandeln lassen. Und das ist, äh, ich kümmere mich, ich pflege, also ich kümmere mich einfach auch nicht gut um mich selbst. Ja, ich merke das auch, ich merke auch, dass ich viel kränke und so, weil ich einfach auch irgendwie nicht gut esse und irgendwie die Sachen nicht so sauber halte, wie es sein sollte. Und irgendwie, das macht einen dann noch depressiver, weil man merkt, dass Sachen halt nicht passieren, die passieren sollten. Ja, dass teilweise dann doch auch Briefe ungeöffnet bleiben, dass bestimmte organisatorische Dinge nicht stattfinden. Und, äh, was mich am meisten stört, ist, dass Menschen, die mich lieben, sich mir zuwenden und ich es nicht schaffe, darauf adäquat zu reagieren einfach. Also nicht, also ich, ich, ich kann mich zuwenden, aber ich kann nicht der sein, der ich bin, habe ich das Gefühl. Und, und dann frage ich mich, warum? Warum kann ich nicht der John sein, der ich, der ich bin und sein möchte? Und dann ist mir schon klar, dass viel passiert ist und dass ich einfach eine Krankheit habe, nicht nur die Sucht, sondern auch die Depression. Aber es ist so frustrierend, ja, weil es so, also ich, ich finde, bei Sucht kann ich immer noch sagen, ja klar, weil der Rausch ist halt geil. So, ja, jetzt mal so ganz grob gesagt, ne, das ist ja klar, warum mein Gehirn sagt, nimm eine Substanz. Ja, das ist mir, das macht, das ist mir einfach logisch erschließbar. Aber warum bin ich so unzufrieden? Ich habe doch ein schönes Leben im Moment. Und daran, also das frustriert mich einfach, das frustriert mich total. Und viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich weiß einfach nicht, was, äh, also was heißt, ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß, was los ist, aber es ist halt so schwer zu erklären für mich. So, und das fuckt mich richtig ab, äh, aber es gibt natürlich auch immer wieder ganz wundervolle Tage dazwischen, so, so, so ist es nicht. Ja, was ja auch ganz typisch für eine Depression ist, dass auch so ein Auf und Ab ist irgendwo, aber, ähm, ja, ich, ich merke einfach, dass da einfach noch viel Behandlungsbedarf besteht, so, und, äh, da bin ich auch dran. Ähm, und, äh, ich muss auch sagen, Hagen, du bist mir immer eine große Unterstützung, äh, wenn es um alles Mögliche geht, was, äh, diese, ja, was meine Lebensfreude betrifft, sag ich mal. Genau, aber über Depressionen können wir ja heute ja noch ein bisschen sprechen, denn wir haben einen wundervollen Gast. Hagen, möchtest du mal vorstellen? Du hast organisiert. Ja. Ach du es. Äh, ich habe gesehen, dass er uns gefolgt ist und dann war ich auf seinem Profil schon ein paar Wochen her und, ähm, habe sehr sympathischen Content, äh, entdeckt. Dann haben wir telefoniert und es war ganz klar, er kommt in die Sendung, er, das ist Sebastian Tegges, hallo. Hi, herzlichen Willkommen. Sehr, sehr gern. Ja, Sebastian, Depressionen ist ja auch ein Thema, was bei dir eine Rolle spielt, ist das so? Es ist so, ja, immer noch. Und noch, darf ich dann gleich mal fragen, wie es dir denn geht? Ja, machen wir Befindlichkeit, Sebastian. Also, ich habe natürlich schon die ganze Zeit, als ihr euch jetzt unterhalten habt, darüber nachgedacht, was ich sage, dass ich nicht gut sage, weil eigentlich geht es mir heute gut. Gut, ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich euch neu entdeckt habe und jetzt sehr viel gehört habe und dann ist es ein bisschen weird hier zu sitzen, wie auch immer. Und dann habt ihr eben gerade gesprochen und sehr viel geteilt und Einblicke gegeben und das hat mich, äh, ja, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Aber auf eine positive Art und Weise traurig, wenn man das so sagen kann, weil ich so ein bisschen, ja, mitgefühlt habe und sehr ergriffen bin, positiv von dem, was ihr hier teilt. Und ich habe gedacht, oh, ich will hier jede Woche zu Gast sein, weil das so ein bisschen ist wie die Gruppentherapie. Also zumindest fühlte ich mich da jetzt so hineinversetzt. Aber das Gute ist, man kann euch einfach hören jede Woche. Das stimmt, ja, das könnt ihr tun. ARD, Audiothek oder auch Spotify, wo es Podcasts gibt. Danke, John. Muss sein. Wie, Sebastian, sag mal, ähm, ja, ja, wie geht's dir denn? Was macht es denn zu einem guten Tag? Können wir ja da weiter machen. Genau, genau, gehen wir mal da rein. Ich bin aufgewacht und war nicht sofort völlig nervös und hin und her und lost und mein Gedankenkarussell ist nicht sofort angesprungen. Ich hatte einen relativ einfachen Morgen. Ich habe zwei kleine Kinder und meine Frau hat heute die Kinder in die Kita gebracht, weil ich hier zu euch wollte. Und daher gelang es mir, einen Morgen relativ ruhig zu haben. Und wenn mir das gelingt, dann halte ich meine Gedanken einigermaßen effizient im Zaum mittlerweile. Und deswegen bin ich relativ geordnet hier hingekommen. Das, was John gerade geteilt hat, kennst du das auch? Ja, komplett natürlich. Du sagst ja dann selbst diese Frage, die du dir immer stellst, warum bin ich nicht gut drauf? Ich habe das immer gehabt mit, warum bin ich nicht dankbar für das alles, was ich habe? Weil das auch häufig in meinem näheren Umfeld auch einfach Dinge waren, die natürlich ohne böse Absicht ausgesprochen wurden. Und sagen, Diggi, guck dich doch mal um, guck dich mal an. Was ist denn los? Warum kannst du nicht irgendwie dankbar für das sein, was du hast? Und ich mir dann immer die Frage gestellt habe, warum denn eigentlich nicht? Warum kriege ich das nicht hin? Und dann so wirklich so fast schon körperlich versucht habe, das herzustellen. Und das gelingt dann nicht. Und dann habe ich mich dafür noch mehr fertig gemacht. Wie du sagst, das ist eine Spirale und dann vernachlässigt man auch Dinge, die einem vielleicht guttun, weil man denkt, packe ich jetzt nicht und dann wird es alles viel schlimmer. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ja leider die Krux der Krankheit, dass man zu sich selbst dann auch noch so unerbitterlich sein kann und sich selbst noch mehr in die Scheiße reinreitet. Ja, auch mit der Dankbarkeit, das kenne ich extrem gut. Ich komme ja aus einer Familie, wo ich eigentlich sehr dankbar sein kann. Ich kenne es zum Beispiel total, dass ich schon so eine Dankbarkeit auch dann spüre und dann aber denke, das habe ich ja gar nicht verdient. Entweder schaffe ich es nicht, dankbar zu sein. Und wenn ich dankbar bin, dann ist es ein blödes Gefühl. Weil ich denke, warum denn ich, warum habt ihr mich denn so lieb? Warum unterstützt ihr mich denn weiterhin? Solche Gedanken kenne ich ganz stark. Aber auch genau einfach nicht zu schaffen, normale Gefühle zu fühlen, die passen in dem Moment. Sondern ich habe auch häufig negative Gefühle, obwohl halt eigentlich einfach die Dinge, also gegenüber Dingen, die eigentlich gut sind. Und es ist schon, wie du sagst, das ist ja das Schlimme, dass man sich selber dann so viele Gedanken macht und sozusagen noch tiefer reinreitet mit den Gedanken, die man so hat. Also es ist echt ganz schlimm. Wir fangen ja normalerweise an mit so biografischen Details des Gastes. Willst du uns mal kurz mitnehmen, so in deine Kindheit vielleicht? Oder auch in die Momente, wo du das erste Mal für dich gespürt hast, dass, ich will jetzt nicht sagen, was anders ist, aber dass zum Beispiel eine besondere Trauer herrscht oder eben vielleicht dieses Dankbarkeitsproblem. Genau, dann nimm uns doch mal so ein bisschen mit in die ersten Jahre bei dir. Also ich glaube, das Dankbarkeitsproblem, das noch kurz zu sagen, ist nicht, das habe ich jetzt gerade nur in die Parallele zu dir gezogen. Ich glaube, ich habe mittlerweile begriffen, dass es eher das Problem ist, dass ich mich selbst überhaupt nicht wertschätze. Und was du sagst, also warum habe ich das verdient und so, das habe ich in allen Lebensbereichen immer gehabt. Und wenn Leute nett zu mir waren, dann konnte ich das kaum ertragen. Ich bin aufgewachsen in Düsseldorf, meine Eltern sind beides RechtsanwältInnen und ich habe drei Geschwister, eine große Schwester, zwei kleine Geschwister. Also Vorstadtleben in Düsseldorf, gut verdienende Eltern, alles sehr privilegiert. Und an meine Kindheit habe ich witzigerweise nicht so ganz viele Erinnerungen, weil es mittlerweile auch, woran das liegen könnte. Ich hatte ganz tolle Großeltern, ich hatte einen ganz tollen Opa, der so das Zentrum meiner Welt war. Und so richtig, ich habe in der Therapie immer wieder, gehen wir natürlich zurück in die Kindheit. Und Kindheit habe ich immer nur so einzelne Bilder, das war alles, was soll ich dazu sagen, das war alles toll. Das hatte natürlich auch Schattenseiten, insbesondere in Bezug zu meinem Vater, der wiederum zu seinem Vater diese Seiten auch hatte. Das will ich jetzt nicht näher ausführen, aber es war nicht alles großartig. Und der Zeitpunkt, wo ich anknüpfe, das ist irgendwie wie so ein Nullpunkt in meinem Leben. Da war ich, ich glaube, fast 20, 17, 18, 19. Da ist mein Opa gestorben. Und da habe ich irgendwie, vorher hatte ich schon sehr starke Selbstbewusstseinsprobleme und soziale Ängste und alles. Und habe das aber alles irgendwie so weggedrückt bekommen. War auch, hatte Freunde und so. Freundin war einigermaßen beliebt so auf der Schule. Aber es war, irgendwie habe ich immer was gespürt, was nicht mit mir stimmt. Und habe mir selbst immer eingeredet, dass ich irgendwie falsch bin oder habe das gefühlt. Aber als das passiert ist mit meinem Opa, da bin ich so richtig, das weiß ich aber jetzt erst. Das habe ich damals nicht reflektiert, bin ich so, bin so eingesunken in so eine Kiste. Kannst du uns mal kurz mit reinnehmen? Du sagst, du hattest das Gefühl, irgendwas ist mit dir falsch. Ich war gerade konkret, was du sagst. Weißt du noch, wie es sozusagen konkreter, wie diese Gedanken konkreter in dir aussahen? Ich hatte wahnsinnige Probleme mit meinem Äußeren. Ich habe mich nicht wohl in meiner Haut gefühlt. Ich hatte die meiste Zeit meiner Jugend, hatte ich sehr schwitzige Hände. Oh Gott, das kenne ich. Und das habe ich erst angegangen, das Thema, da war ich schon im Studium. Da habe ich mir so ein Gerät verschreiben lassen. Das benutze ich auch immer noch. Ich hatte schiefe Zähne, ich hatte Akne und dann weiß ich noch, da war ich auch 18 oder 19. Ich hatte immer Akne, nicht besonders schwer, aber schon immer. Und ich habe immer ganz viele Behandlungsmethoden versucht und es hat nicht geklappt. Und dann habe ich es auch wieder weggeschoben. Und dann kam ich eines Tages zu meiner Dermatologin und dann sagte die, warum bist du nicht schon viel früher gekommen? Es gibt ja dieses Medikament. Dann habe ich das Medikament genommen. Und dann war das so, dann war das weg. Und dann bin ich wirklich aufgewacht, bin vor dem Spiel getreten und habe auf einmal diese ganzen Narben in meinem Gesicht gesehen. Und dachte so, hey, wo kommen die jetzt her und so. Also es klingt alles sehr oberflächlich, aber ich habe mich einfach nie so richtig wohl in meiner Haut gefühlt. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Und ich habe mich auch anderen Personen immer so, ich habe mich immer ein bisschen anders gefühlt, konnte aber darüber nicht reden. Ich wusste auch nicht genau, was es war. Mittlerweile weiß ich so ein bisschen, was es war oder kann es einschätzen. Ich habe mich immer falsch gefühlt in Klassenverbünden, habe das dann kompensiert durch Klassenklauen, Mechanik und so weiter und so fort. Also warst du schon beliebt oder wurdest du auch despektierlich behandelt, zum Beispiel wegen der Akne? Das kam. Kinder, Jugendliche sind ja sehr hart. Ja, das kam auch vor. Ich wurde auch mal gemobbt oder irgendwie so ein Bild, wo ich mit so einem Laubhaufen geschubst wurde in der Schule. Aber es war ganz, also zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht habe ich auch vieles verdrängt, es war ganz ambivalent. Weil einerseits hatte ich diese Zeiten, wo ich irgendwie ja ein bisschen gemobbt wurde oder fertig gemacht wurde. Aber ich glaube, vielleicht fing es dann erst später an, dass ich zeitgleich eben der beliebte Typ war, mit dem man gut Party machen konnte und der immer alles durfte und der eben auch irgendwie coole Klamotten hatte und so. Also das kann man sich ja als Jugendlicher dann auch ganz gut schaffen, wenn man diese Privilegien genießt, dass man ein bisschen zugehörig ist. Aber so richtig zugehörig gefühlt habe ich mich da auch nie. Ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen, du Hagen gleich hatte. Ja, ich fand mich sehr interessant. Ich habe mich nicht gemeldet, John. Also ich dachte noch vor, weil ich hatte immer ganz krass so dieses, auf der einen Seite sozusagen, ich habe ja viel Sport und so gemacht und zwar immer, sozusagen konnte immer Teil dieser in Anführungszeichen coolen Clique sein. Aber ich habe nie so mit denen related, weil ich sozusagen, weil da sind ja dann welche, die auch zum Beispiel andere als scheiße behandeln und irgendwie dieses aufgesetzt coole und so. Also es war natürlich immer gut, zu dieser Gruppe zu gehören, aber die waren halt nicht wie ich. So, das war immer so ein bisschen mein Gefühl. War das bei dir dann auch so? Weil, also irgendwie genau, ich habe da so eine ganz, ich habe mich nie zugehörig gefühlt zu dieser Clique, in der ich eigentlich war. Sondern ich hätte immer lieber gerne eigentlich liebere Menschen gehabt. Genau. Aber, also das kennst du auch so. Ja, das ist cool, wie du es sagst, weil das habe ich natürlich nicht begriffen damals. Und jetzt weiß ich aber, jetzt wo ich das sehen kann und wo ich das auch lenken kann, mit welchen Leuten ich so abhänge, weiß ich, dass das damals einfach schon sehr ähnlich war. Ich das aber einfach überhaupt nicht reflektiert habe und begriffen habe, was eigentlich falsch ist. Und dass ich mir Menschen auch selbst aussuchen kann, mit denen ich abhänge. Es war halt, ich war so ein bisschen, das ist wahnsinnig schwer zu beschreiben, ich war auch das Cool Kid so und ich war auch teilweise gemein zu anderen Schülerinnen und Schülern, wo ich jetzt denke, wow, what the fuck. Nur um mich dann eben auch zu erheben und zugehörig zu fühlen. Zeitgleich weiß ich aber, dass ich mit den Menschen, mit denen ich dann teilweise nicht so gut umgegangen bin, eine viel stärkere Verbindung gehabt hätte, haben könnte, als mit anderen Menschen, mit denen ich meine Zeit verbracht habe. Was jetzt nicht heißt, dass ich mit Arschlöchern nur abgehangen habe. Ich hatte auch ganz tolle Freunde, aber ja, ich weiß nicht, ich wusste nie so richtig, wie muss ich mich verhalten, um irgendwo dazuzugehören. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen gespielt und ich habe die ganze Zeit ein bisschen geguckt, okay, was ist hier so das Ding, was muss ich machen, was mache ich, um cool zu sein. Das ist ein bisschen Identifikationsprobleme vielleicht. Ich kann mich ganz gut da, in vielen Dingen kann ich mich ganz gut wiederfinden auch. Ich war auch nie, bis ich irgendwann in einer Band war, hatte ich vorher genau die Rolle, die du auch beschreibst. Ich wurde auch gemobbt, ich war aber auch der Clown. Wahnsinn, ne? Ja. Also ich konnte einen Gag machen, wo die ganze Klasse lag. Und ich hatte alle hinter mir. Und an dem Tag hätte ich Schulsprecher werden können. Ja. Aber eine Woche später hat man mich auch ins Laub geworfen. Ich habe auch ins Laubbild. Ja. Und dann gibt es wieder eine andere Woche, wo ich, und das wollte ich nochmal kurz fragen, ob du da ein Beispiel geben kannst, wo ich auch mit anderen jemanden gemobbt habe, der aber eigentlich zu meiner Peergroup gehörte. Weißt du, was ich meine? Der war auch nicht so drin wie ich. Der war auch so ein Zwitter, aber er war noch so ein bisschen, er hatte eben auch nicht die coolen Sneaker. Das ist ja leider furchtbar in der Grundschule auch. Oder Gymnasium muss man, also die ersten, bis man irgendwie, weiß nicht, 11. Klasse ist, ist das schon so krass wichtig gewesen. Ich glaube heute noch, dieser Druck, der da entsteht mit Klamotten und so, meine Güte, und jetzt noch mit dem Internet, egal. Und dann, wenn ich zurückdenke, da schäme ich mich so krass, weil ich wurde doch letzte Woche auch gemobbt. Aber aus Angst, heute gemobbt zu werden, bin ich dann bei denen dabei, das war Martin. Es tut mir wirklich leid, Martin. Und dann haben wir Martin nach der Schule irgendwie so geärgert. Und da denke ich so, fuck, nur aus Angst, dass ich es nicht bin, war ich dann mit dabei. Ich habe es vielleicht nicht initiiert, aber ich war voll mit dabei. Und das ist schon so eine weirde Twitter-Rolle, weil viele, ich glaube, John kennt das nämlich auch. Aber kannst du doch mal sagen, wie war es für dich, wenn du dann dabei warst, bei anderen zu ärgern? Das war eine Erleichterung, ehrlich gesagt, dass ich es nicht bin in dem Tag. Genau, aber es ist immer wichtig, das auch auszusprechen, vielleicht. Also in dem Moment hatte ich kein, ich glaube, ich hatte kein Mitgefühl. Ich war einfach nur, oh Gott, heute bin ich es nicht. Genau, das Mitgefühl hat man jetzt, ne? Ja. Also ich habe Glück, ich wurde halt nicht viel geärgert einfach. Ich gehörte halt, wie gesagt, in diese Gruppe und wurde da auch. Es lag einfach bei mir im Sport, ganz klar. Ich dachte, das hat einfach nur damit zu tun. Sportler waren immer weit vorn, muss man schon sagen, ne? Sportler, genau. Oder wenn einiger mal, also das hat halt immer viel gebracht. Ich hatte Angst vor Volleyball. Ne, nicht Volleyball, sondern vor Völkerball hat man ja. Ja, ich auch. Aber ich fand sowas halt immer saugeil. Aber du alle abgeschossen hast. Ja. Du bist der klassische Sportbully in den US-Komödien. Ich war eine Zeit lang Bulli und ich habe irgendwann, also ich war nie, ich habe sowas auch glaube ich also aus Gruppenzwang mitgemacht. Ja, und klar, es ist ja natürlich auch sozusagen ein gewissen, so ein Arschloch-Spaßfaktor. So sage ich jetzt einfach mal, weil ganz der im Retrospektiv halt super unangenehm und doof ist. Ja, aber es ist halt ja auch so. Aber ich habe ja mal dann mich versucht, bei allen Leuten noch zu entschuldigen. Also ich habe zum Beispiel dann mal jemanden, den ich früher in der Grundschule gemobbt habe, habe ich bei Edeka gesehen, mir da Sachen einsortiert hat und bin hingegangen, habe ihn angesprochen, um mich zu entschuldigen. Und dann hat er so, ich weiß nicht, ob er so getan hat, aber hat mich halt nicht erkannt. Entweder verdrängt oder halt wirklich einfach keine Bereitschaft zum Gespräch. Aber ich habe da schon auch Gespräche gesucht. Ich bin ja auch zu Läden gegangen, wo ich geklaut habe und habe dann da irgendwie, ich weiß nicht, ich habe gesagt, ich habe hier früher mal Cola-Kocher geklaut, ich gebe euch jetzt mal 5 Euro. Und habe schon auch versucht, Sachen wieder gut zu machen. Und das war relativ früh, das war schon so mit 16 oder so, als ich Dinge wieder reparieren wollte, die falsch gelaufen sind. Aber es gibt so eine Zeit, glaube ich, zwischen Jugend und Kindheit, wo man sehr anfällig ist, einfach Dinge zu tun, die man eigentlich wirklich nicht gut findet. Und dann ist man da, wie ihr ja schon gesagt habt, also bei mir war es jetzt nicht so, ich bin froh, dass ich es nicht bin, aber irgendwie so, okay, ich muss jetzt halt da mitmachen, weil das ist ja meine Gruppe, die das macht. Total schäbig eigentlich, das ist krass. Ja, Angst und Unsicherheit. Und wenn man dann irgendwie Mittel findet, dass man diese Angst überspielen kann oder man sein kann, der man gar nicht ist. Also ich weiß nicht, wer bin ich eigentlich? Und jetzt habe ich begriffen, dass ich einfach auch sehr sensibel bin. Und das ist natürlich in so einer Phase, zeigt man diese Sensibilität vielleicht nicht. Oder ich habe sie nicht gezeigt und dann überspielt man das mit ganz furchtbaren anderen Dingen. Absolut, ja. Danke fürs Teilen, ihr beide. Sebastian, jetzt kommen wir, glaube ich, in das Alter, wo bei vielen Gästen eine Substanz kommt. Welche war denn deine erste Substanz und wie war der Umgang damit? Und wie habt ihr in der Freundeskreisgruppe diese Substanz wahrgenommen? Ähm, Alkohol und Zigaretten, glaube ich gleichzeitig, aber Alkohol insbesondere. So, 13 war das, da fing es an. Da ist wieder die 13, ne? Wahnsinn, das ist immer 13 fast. Entschuldigung. Also meine Eltern waren sehr, meine große Schwester war sehr ruhig und hatte keine großen Probleme bereitet bis dato. Und ich war dann ein bisschen anders, bin dann eben frühzeitig mit meinen Freunden in die Altstadt gegangen. Wir hatten jetzt kein Geld für Kneipen oder so, aber wir haben uns immer in die Rheintreppe gesetzt. Und dann haben wir halt Alkohol gekauft, Wodkaflaschen und so weiter und so fort. Und das war dann die Beschäftigung, sich da hinzusetzen und zu konsumieren. Und das war, für mich damals war das ganz wunderbar, weil ich dann nämlich, wenn ich konsumiert hatte, dann war ich auf einmal beliebt und konnte irgendwie lustig sein. Und der Schweiß an den Händen ging dann übrigens auch weg. Ach krass. Es war, es war, also wahnsinnig. Ich habe teilweise, wenn ich mal irgendwie eine Frau getroffen habe oder ein Mädchen, das ich verliebt war, dann habe ich vorher halt Bier getrunken, damit meine Hände trocken werden. Und dann, also das war, früh kam der Alkohol so, für mich hatte das sofort einen Zweck. Funktion. Ja. Wie schnell ging das mit, also dass du ein Bier getrunken hast sozusagen als Funktion? Ja. Wann kam das das erste Mal vor? Auch direkt schon mit 13 sozusagen? 13, 15? Ich glaube, da war ich so 14, 15. Ich weiß, dass ich, weil ich mit 15 dann ein Mädchen verliebt war und die wollte ich treffen. Die hatte in der Nachbarschaft gelebt. Und dann weiß ich sogar noch, dass ich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, dass ich jetzt vielleicht vorher ein Bier trinke, weil ich aufgeregt bin, aber eigentlich wollte ich es nicht trinken. Ja, oh Gott. Also auch, weil ich aufgeregt war. Was? Da hat meine Mutter gesagt, nee, das ist aber ein Problem, wenn du ein Bier trinkst, um irgendwie was darzustellen. Und dann habe ich auch gedacht, ja, eigentlich hat sie recht. Und dann habe ich gesagt, nee, du machst es nicht. Und dann bin ich auf mein Zimmer und habe es trotzdem gemacht. Ja, gut klar. War aber Alkohol eine Droge? Wo war das als Droge besprochen? Null. Zero. Das war ja, also, also es war normal. Auch die Mengen, die wir konsumiert haben, das hat niemand hinterfragt. Und wenn es dann irgendwelche Abstürze gab oder das kam dann natürlich auch vor. Ich hatte, glaube ich, früh in meinem Leben eine starke Alkoholvergiftung einmal. Das ist ganz gut, dass das da gekommen ist, weil da habe ich dann zum ersten Mal auch gemerkt, oh wow, was kann das eigentlich anrichten in mir? Weiß ich noch, haben wir so eine Freundin, hat irgendwann ein Haus gesittet für irgendwelche Bekannte. Die hat dafür Geld bekommen, dass sie in diesem Haus gewohnt hat. Oh, ich weiß was jetzt, die Hausparty. Ja, und dann haben wir ein Trinkspiel gespielt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt darüber reden sollte. Wenn du es nicht verherrlichst, das Trinkspiel. Man sollte halt Shots trinken, das ist ADC-Spiel, das geht dann immer Reihe um und irgendein Thema. Und dann haben wir Whisky getrunken und ich habe sehr schlecht gespielt und sehr viel getrunken. Und irgendwann lag ich einfach da und konnte mich nicht mehr bewegen. Mir war arschkalt, die hatten drei Decken über mich gelegt. Und dann kam mir meine Freundin und hat mir, dann haben sie mir Essig gegeben, damit ich mich übergebe und hat mir den Finger in den Hals gesteckt. Und das werde ich niemals vergessen. Ich hatte wirklich große Angst und dann haben die irgendwie, ich habe das so halb mitbekommen, wie sie darüber reden, wie sie einen Krankenwagen rufen wollen und so. Aber auch danach wurde nie wieder darüber gesprochen, dass das jetzt irgendwie grenzwertig oder schlimm war. Das war einfach, der Sebastian, der war halt, der hat ein bisschen übertrieben so. Aber also Droge, dieses Wort, Drogen waren nur diese ganz schlimmen Sachen, mit denen wir auf gar keinen Fall haben. Das, was die anderen nehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde es immer wieder so krass, wenn ich einen Alkoholabsturz, sorry, aber gibt es was Beschisseneres im Leben als einen Alkoholabsturz? Ich meine, das Gefühl ist so grausam. Man denkt ja immer, vielleicht liegt es auch an uns, weil wir Männer sind, aber man denkt ja immer, man stirbt. Aber Männer immer denken, sie sterben. Ja, ja, Männer haben ja auch anscheinend einen Magen, Darm und denken, sie sterben. Also so geht es mir immer, aber ich finde wirklich, ich kann es so krass nicht verstehen, weil es war bei mir ja genauso. Man hat diesen Absturz, ja gut, am nächsten Tag trinkt man erstmal vermutlich nicht, aber am nächsten Wochenende ist es scheißegal. Dass man sieben Tage davor dachte, man halt, mein Leben ist vorbei. Und äußert ja auch am nächsten Tag dann immer so, boah, ich trink nie wieder, wie geht es so scheiße. Und jeder kennt es und jeder, also niemand hat seinen ersten Absturz gehabt und danach nie wieder Alkohol konsumiert. Ich glaube, das gibt es nicht. Es ist halt auch eine Definition von Droge. Also ich nehme was, was mir nicht gut tut, again. Es ist halt das, was dem Absturz dann vorgelagert ist, was man auch positiv in Erinnerung hat. Und diese ganzen sozialen Dinge, die da mit reinspielen, ja, und in einen Druck, sei es jetzt sozialer Druck oder Suchtdruck, der dazu führt, dass man das dann wieder macht. Naja, schon abgefahren. Wobei ich sagen muss, zu dem Maß habe ich es dann nicht nochmal geführt. Das hat dann bei mir schon irgendwie eine Wirkung gehabt, damals, oder weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es dann auch besser vertragen. Und wann hast du das nächste, weißt du noch, wann du ungefähr das nächste Wochenende hast wieder getrunken? Ja, mit Sicherheit. Ja, das ist schon krass. Ja, 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 Wahnsinn. Was war die zweite Substanz? Oder nimm uns mal in deinem Lebensweg mit, ich will jetzt nicht Substanzen in der Reihenfolge abfragen, aber wie geht es weiter dann? Das war dann Cannabis, das kam ungefähr zeitgleich, würde ich sagen. Ich weiß noch, wir waren, ich habe die Folge mit Biggie Beisenherz gehört, da musste ich sehr schmunzeln, weil er auch aus Nordrhein-Westfalen kommt und bei uns war es dann auch Holland. Ach so. Wir sind immer nach Holland gefahren und dann, weiß ich nicht noch, saßen wir da auf so einem Häuschen in den Dünen und dann ging eben ein Joint rum und dann habe ich da, glaube ich, zweimal dran gezogen und es war damals für mich eine total harmlose Erfahrung so und dann habe ich das weitergemacht, aber sehr unregelmäßig und irgendwann war in meinem Klassenverbund jemand, der damit auch so ein bisschen gedealt hat und dann habe ich es angefangen mal sehr regelmäßig zu machen zum Einschlafen, was ich jetzt auch reflektiere, was auch schon irgendwie ein bisschen weird war. Wo sind wir da jetzt, bei welchem Alter, zum Einschlafen? 16 vielleicht. Okay. Ich habe mir, ist auch egal, ich habe mir einen Bon gebaut, selbst. Ah ja, okay, aus Flasche und so und Kugelschreiber. Und dann habe ich immer abends ein bisschen was konsumiert und habe dann ein Hörspiel gehört und bin eingeschlafen. Ich fand das super, ich fand das, habe ich damals gesagt, das hilft mir einfach beim Einschlafen und das war dann so, das ging ein Jahr lang und dann habe ich das einfach gelassen. Ich weiß gar nicht, warum ich es gelassen habe, aber... Ja gut, das war doch schön. Aber nochmal kurz vorm Einschlafen, wieso konntest du nicht einschlafen? Ich konnte, das weiß ich aber jetzt erst, dass ich einfach nicht gut mit mir allein sein konnte und kann, ohne irgendwie mich abzulenken. Also entweder ich habe Fernsehen, bis ich eingeschlafen bin oder habe irgendwie Hörspiele gehört und fand aber diese Wirkung von Cannabis, dass es mich sofort so müde macht, dass ich auch so selig einschlafe. Das fand ich so toll. Das ist ein großes Abhängigkeitspotenzial für sehr viele Leute, gerade beim Einschlafen. Ja, was man dann vergisst ist, dass man auch relativ kaputt aufwacht, wenn man Cannabis zum Einschlafen benutzt. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man total intoxikiert einschläft mit Cannabis, dann ist es morgens relativ gerädert. Auf jeden Fall. Also so kenne ich es von allen eigentlich. Es gibt übrigens auch einen Zusammenhang zwischen dem Schwitzen und dem Cannabis. Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt unbedingt der Fall ist. Anscheinend ja nicht, weil es ja davor war. Aber ich habe das bei mir beobachtet und auch von anderen Leuten im Bekanntenkreis, die aufgehört haben zu konsumieren und dann nicht mehr so stark geschwitzt haben. Weil es da anscheinend auch einen Zusammenhang gibt. Weil das ist nämlich sehr unangenehm. Ich hatte auch immer diese Schweißhände und es ist ultra unangenehm. Das ist etwas, was die Lebensqualität massiv einschränkt. Komplett. Wenn man niemand, dann ist auch vor allem, da gibt es irgendwie auch, weiß nicht, es gibt Situationen auch in der Schule oder so bla oder was weiß ich, oder auch beim Sport, wenn dann mal auch sozusagen Hände hält oder so. Und man denkt, nein, nicht dein Ernst. Jetzt muss ich jetzt auch noch das hübsche Mädchen neben mir oder so. Und du musst jetzt mit deiner Schweißhand da. Oh Gott, ganz schlimm. Das hat mein Leben ganz schön bestimmt. Also ich habe die ganze Zeit Situationen versucht zu meinen, wo man irgendwie Händekontakt mit anderen hat. Ja, also es ist eine ganz unangenehme Situation. Vor allem, wenn man sich dann auf einmal mit Mädchen trifft, wird es ja dann schwierig. Ja, allerdings. Dann habe ich halt konsumiert und das irgendwie, ich habe auch Geschlechtsverkehr sehr lange gemienen. Deswegen, ich habe relativ spät erst Geschlechtsverkehr gehabt, weil ich, also A, hatte ich sowieso Selbstbewusstseinsprobleme und habe die ganze Zeit meinen Körper irgendwie abgewertet. Aber ich dachte auch, ich kann jetzt damit keine Frau anfassen. Und ich glaube, bei mir ist es unter anderem auch Nikotin und Koffein. Das weiß ich jetzt auch. Also wenn ich nichts konsumiere, gar nichts außer Zigaretten, da kann ich die Uhr nachstellen. Wenn ich zwei Zigaretten rauche, dann kommt das wieder ein bisschen. Krass. Ja. Also es wird auf jeden Fall dadurch befördert. Wie war das? Ihr wart in Holland. Du hast zum Einschlafen genommen, dann aber auch wieder aufgewacht. Dann machen wir gleich weiter. Ich werde mal zu der Phase sprechen von 13 bis oder 14 bis 16. War denn Cannabis als Droge bekannt oder wie hat deine Peergroup, wie wurde das dort besprochen? Es war auf jeden Fall schon was anderes als Alkohol. Es war schon eine Differenzierung da, aber zeitgleich war es nicht, also Droge, ich weiß nicht, ob das Wort in dem... Nee, ich glaube nicht. Drogen waren wirklich in meiner Wahrnehmung damals und auch in meiner Peergroup so Sachen, die so völlig unverfügbar sind. Kokain, Ecstasy. Ich hatte einmal von irgendeinem gehört, der auf Ibiza war und der gesagt hat, er hätte Ecstasy in einem Club konsumiert und ich war so, what the fuck. Also da habe ich, glaube ich, Glück gehabt so, dass das in der Gruppe, in der ich abgehangen habe, eben nicht da war. Verfügbar war es mit Sicherheit, aber ich hatte auch nie, wir waren auch feiern in Clubs und so, da hatte ich keinen Kontakt damit. Aber Cannabis wurde jetzt, also das Drogen waren halt das. Ja, ja, schon klar. Jetzt immer, ich frage mal, was immer sehr spannend, gerade in Bezug auf die Aufklärung, die man vielleicht da besser betreiben sollte. Ja, total. Ja, gerade in das... Das ist ja immer noch so, also sorry, wir leben irgendwie in einer kompletten alkoholisierten Gesellschaft und alle sagen immer, oh, Drogen sind furchtbar und dann trinken sie drei Gläser Wein und schwatonieren darüber, dass irgendwie Drogen besser noch irgendwie bekämpft werden müssen. Das ist immer ein bisschen lustig. Ja, absolut. Wie ging es weiter? Wir sind jetzt auf dem Gymnasium schon, 11. 10. Klasse, kurz zum Abi, wie ging es dir da? Was hast du gemacht? Ja, ich habe, so 8. Klasse habe ich dann schulische Probleme bekommen, vehement konnte das noch so zwei, drei Jahre irgendwie weglächeln und dann kam in der 10. Klasse, bin ich halt sitzen geblieben und dann habe ich meine sozialen Kontakte in der Klasse natürlich verloren. Das ist hart, oder? Ja, das war jetzt nicht geil. Also da fing es an, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, da ging es dann auch permanent immer weiter bergab, also indem ich irgendwie diesen Halt verloren habe und zu Hause lief es auch nicht gut, weil ich dann in der Pubertät war und also wenn ich meine Eltern fragen würde, würden die sagen, ich war sehr schwierig. Sag mal, warum? Warum würden Sie das sagen? Weil, also insbesondere mein Vater. Meine Mutter hat immer eher gesagt, es ist ja noch harmlos, weil sie selbst auch als sehr schwer galt in dem Alter, aber mein Vater ist überhaupt nicht mehr mit mir zurecht gekommen und ich auch nicht mit meinem Vater. Also da haben sich dann Sachen, sind bei mir hochgekommen, die in den Jahren davor, mit denen ich unzufrieden war und er hat das anscheinend damals zumindest nicht reflektiert und war völlig überwältigt und schockiert teilweise von meinem Verhalten ihm gegenüber. Also wir haben uns, wir sind uns wahnsinnig an die Gugel gesprungen. Ich war eben auch erstmalig meinem Vater körperlich einigermaßen ebenbürtig und habe mich mehr getraut. Ja, also ich glaube, mein Vater hat mich teilweise, hat er mich, würde mir widersprechen, wenn er mir das jetzt, wenn er mir zuhören würde, aber er hat mich, glaube ich, schon gehasst. Er hat auch mal gesagt, ich stand am Küchentisch morgens, wir haben immer sonntags morgens zusammen gefrühstückt und dann hat er, erzählt er auch manchmal heute noch, dass er mich so gesehen hat und gesagt, das ist nicht mein Sohn, wer ist dieser Mensch? Hast du das gespürt? Ja klar, komplett. Ich habe mich überhaupt nicht mehr gesehen, gefühlt hört sich so, aber ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt, ich habe mich nirgendwo mehr wohl gefühlt, also gar nicht, nirgendwo. Meine Freunde sind irgendwie, waren dann auf einmal in der Klasse über mir, da habe ich mich wahnsinnig geschämt. Andere Freunde haben die Schule verlassen, wie das manchmal da so ist, so in der Oberstufe sind die woanders hingegangen und ich war wirklich so, fuck, was mache ich jetzt eigentlich? Also wie soll es jetzt weitergehen? In der Schule läuft es überhaupt nicht. Ich bin einmal sitzen geblieben, ich habe die Wiederholung nur so geschafft, weil mein Mathelehrer damals gesagt hat, okay, ich gebe dir keine sechs, ich gebe dir nur eine fünf. Ich kenne es so gut. Ich wusste überhaupt nicht. Also die eine Note hat die Versetzung gewährleistet. Ja, nur weil er nett war, also mutentechnisch stand ich klar sechs in Mathe und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie soll es jetzt weitergehen, wohin, aber ich habe das zeitgleich komplett verdrängt, also ins Feiern gestürzt und ja. Kurz nochmal, ich war auch sehr schlecht in der Schule, in der Oberstufe. Ich hatte ja auch zu Hause richtig Ärger, nicht jeden Tag, aber die Grundsituation war, don't leave the path, links oder rechts und dann gibt es Ärger, also runter vom Weg, der da gesehen wurde oder vorgegeben wurde. Mir war die schulische Leistung auch richtig Latte, aber es gab zwei, drei Fächer, da bin ich noch mit, wie, wie hast du, wenn ich daran zurückdenke, denke ich so, krass, ich war aber auch nicht in der Lage, Dinge lernen zu können. Also ich konnte mich manchmal wirklich, also es klingt jetzt bescheuert, aber ich habe mich Mathe, Physik, Chemie, Bio, diese ganzen Dinge, ich konnte mich drei Stunden hinsetzen und ich habe, ich bin noch nicht bescheuert, aber damals habe ich nicht im Ansatz verstanden, worum es hier eigentlich geht und ich glaube, das lag an dieser Mentalität. Mentalen Blockade, so kann ich es mir jetzt erklären. Wie waren es für dich diese, weil wir mussten ja, wir Schüler mussten ja abliefern, immer wieder Arbeiten, Klausuren, Vorträge. Ich habe das, wenn ich da zurückblicke, es war unfassbar viel Druck, weil auch meine Eltern auf die Noten geachtet haben und das war so ein Negativkreislauf und ich wollte aber nicht, ich konnte auch nicht. Wie war das nochmal für dich, diese Leistung zu deliveren? Ich habe nichts gemacht, ich glaube, ich habe ein bisschen Glück gehabt, viel Glück gehabt, ich habe abgeguckt, ich habe Strategien entwickelt, ich habe nicht gelernt, ich habe keine Hausaufgaben gemacht ab der siebten, achten Klasse und ich konnte das noch eine einige Zeit so verschleiern, diesen Effekt, der sich dann natürlich irgendwann einstellt, wenn man gar nichts mehr macht. In den Laberfächern war ich weiterhin ganz gut, in Deutsch und Geschichte war ich ganz gut, auch weil die LehrerInnen mich da irgendwie gesehen haben. Ja, ich auch, genau. Aber so in den Fächern, wo es dann irgendwann Um Content. Ja, wo dann irgendwann sich auch was aufstaut, wo man irgendwie Lücken von vor drei Jahren hat, dann ist es halt explodiert und ich habe mich aber dem weiter verwehrt, auch über die Konsequenzen, das habe ich nicht zugelassen. Ich dachte, okay, also klar muss irgendwann mal was passieren, aber jetzt, heute nicht und heute war halt jeden Tag so. Also ich konnte mich nicht, es ging nicht, ich konnte mich nicht hinsetzen und Hausaufgaben machen, es ging gar nicht. Ich habe mich dann vor die Playstation gesetzt. Krass, ja, heute nicht übrigens der Arschlochbruder von Nur für heute, was wir ja... Oh Gott, oh Gott, ja, John, das ist ja Wahnsinn, das ist richtig gut. Den gibt es ja auch, genau so, den gibt es auch. Heute nicht. Heute nicht, das leider auch. Und du bist ja hier jetzt mit dem Thema Depression, ADS, was wir ja auch langsam so ein bisschen angehen müssen. Glaubst du, die Dinge, die du jetzt beschrieben hast, beschreibst oder sind das sozusagen, ist das die Basis dafür, dass sich da was bei dir entwickelt hat, eine depressive Verstimmung? Oder wann fing es denn an, dass du sozusagen auch mit Trauer und Bedrücktheit zu kämpfen hattest? Bis jetzt ist ja viel, ich bin nicht glücklich mit mir, ich bin nicht glücklich mit der Welt, aber wann kam dieser, wann kam das auf bei dir? Als mein Opa gestorben ist, wie gesagt, der war wirklich so, der war so mein absoluter Lieblingsmensch. Warum, Sebastian, du hast es vorhin schon gesagt. Ich habe es halt immer noch nicht verarbeitet. Der hat mich irgendwie, der hat mich genommen, wie ich war so. Der hat... Jetzt gibt es nur Umarmung. So, ja. Ja, ich denke, das ist ganz gut. Danke fürs Teilen. Ja, danke fürs Teilen, Sebastian, erstmal genau, das ist... Danke fürs Teilen. Danke dir. Ja, der hat... Als Kind hat er mit mir gespielt, als älteres Kind hat er... Der hat mir nie das Gefühl gegeben, dass... Der hat mir immer das Gefühl gegeben, dass alles cool ist, so. Und dann ist er... Dann bin ich aber älter geworden und in die Pubertät gekommen und dann habe ich auch den Kontakt zu ihm nicht mehr so gepflegt und dann ist er gestorben. Und ich habe mich halt schlecht gefühlt, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich nicht mehr sein bester Freund sein konnte, weil ich irgendwie dann auch mit anderen Themen beschäftigt war. Und dann ist er sehr schnell krank geworden und ist auch sehr schnell gestorben und ich habe mehrfach die Möglichkeit nicht genutzt, mich von ihm zu verabschieden und dann... Naja, das kenne ich auch. War ich mittlerweile auf dem Internat, das war so meine letzte Rettung, weil ich in der Schule, also in der 11. Klasse, in die ich mich gerettet hatte, war schon wieder klar, okay, das wird jetzt wieder nichts. Und dann haben meine Eltern mich aus dem Internat gelassen, muss ich sagen, nicht geschickt, sondern ich habe selbst zu meinen Eltern... Ich habe erst gesagt, die spinnt und dann drei Wochen später habe ich gesagt, ich muss da hin, weil das... Ich hatte einfach gar kein... Ich dachte, ich muss auf jeden Fall weg. Okay, das war ein Ausweg, der sich bot, sozusagen, das Internat. Okay, also erstmal nochmal mein Beileid, unser Beileid natürlich, für deinen Verlust. Aber das ist ja krass, dass du da selber schon gemerkt hast, du musst sozusagen weg. Ich finde das so krass, meine Eltern haben mir immer gedroht damit. Ich kenne das auch nur als... Und ich habe gehofft, ich habe gehofft, macht es. Schickt mich, ich wollte aus diesem Haus raus. Es war die Katastrophe da, in sehr vielen Tagen im Jahr. Und ich habe gehofft, mit dem nächsten schlechten Zeugnis, vielleicht schicken sie mich endlich weg. Damit ich raus bin. Aber es ist nie passiert. Weil die wollten eigentlich immer nur die komplette Kontrolle über mich haben, um mich wegzugeben. Sie wollten mich auch nach Amerika schicken für dieses Austauschjahr. Weißt du, diese Sprachreise, dieses... Und dann war das Zeugnis davor nicht so gut. Klar, das heißt klar, aber... Und du sagst, ja, mit dem schlechten Zeugnis können wir dich ja gar nicht rauslassen. Wenn du wiederkommst, bist du ja noch schlechter. Dabei sind alle, die wiederkommen, haben Bess, sind viel besser Lebenserfahrung. Aber ich meine, allein hast du das 1 im Abi in Englisch danach. Also allein die eine Note, rechtfertigt auch den Schnitt. Und auch die Leute kamen wieder, die waren alle viel erwachsener als wir. Total. Und ich habe mich so gefreut, es war schon alles unterschrieben. Die haben das abgesagt. Und das sagt auch sehr viel aus, ja. Da hatte ich mehr Glück. Also meine Eltern, also A, monetär war das irgendwie noch drin. Und B, von denen loslassen. Jedenfalls war ich in den Ferien da. Es gab relativ viele Ferien. Ich war in Irland. Und dann war es Karneval. Und dann meinem Opa ging es schon sehr schlecht. Und dann sind meine Eltern morgens nach Hagen gefahren. Da lag der im Krankenhaus. Und dann hat mein Vater mich angerufen auf dem Handy. Und hat gesagt, ihr müsst jetzt kommen. Du und deine große Schwester. Ruf mal deine große Schwester an. Ihr müsst jetzt kommen. Opa, geht es schlecht. Und ich habe das Handy aufgelegt. Und ich weiß, ich bin dann Karneval feiern gegangen erst mal. So gedacht. Ich habe nicht mal gesagt, ich kann da jetzt hin. Ich halte es nicht aus. Ich habe gedacht, ne, wieso? Ich bin doch hier beim Karneval. Also warum soll ich jetzt? Hatte aber zeitgleich ein bisschen schlechtes Gewissen. Und dann war es auf jeden Fall zu spät. Dann habe ich das verpasst. Und dann ist er gestorben. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich damit umgegangen bin. Ich war natürlich unfassbar traurig. Aber jetzt, letztes Jahr, habe ich begriffen, dass es da zum ersten Mal quasi offensichtlich wurde, auch von außen, dass ich Gefühle immer, also wenn ich sie überhaupt wahrgenommen habe, habe ich sie weggedrückt. Ich habe sie dann halt irgendwann nicht mehr wahrgenommen. Und das ist nur für mich ein Beispiel, ein Bruch in meinem Leben, weil das so präsent ist, weil das so einschneidend war. Aber ich weiß, dass es davor auch schon lange im Argen lag, dass ich mit mir selbst, also ich habe mich, ich habe eine, ich habe gar keine, jetzt noch, wenn ich in der Gruppentherapie gefragt wurde, ja, wie fühlst du dich? Dann war ich immer so vorher so, fuck, was sage ich jetzt? Ich muss mir irgendwas ausdenken. Ich habe wirklich das Gefühl, als würde ich mir irgendwas ausdenken. So Gefühle und so. Ich dachte immer nur, ja, es gibt nur Wut und halt Fröhlichkeit, wenn man sich irgendwie Substanzen zuwendet. Wenn man mal nicht wütend ist, sonst zu sagen. Ja, krass. Das heißt so schon, John, aber das heißt ja, Fröhlichkeit war, die Substanzen waren immer mit Fröhlichkeit. Ja. Ja. Sonst gab es keine. Sonst gab es keine. Ja, das wollte ich nochmal rausstellen. Das ist natürlich die, also die Flucht einfach, die absolute Flucht aus der, ja, aus dem Stress des Lebens sozusagen. Ja. Und du sagst, dann wurde sozusagen auch, auch aus dem Außen erkennbar, dass bei dir sozusagen es da einfach Probleme gibt mit dem, mit dem Umgang mit den Emotionen. Oder? Also weil du sagst es ja gerade auch von außen. Ja, ich glaube, das würde ich auch erst in der Rückschau sagen, weil, also gesehen hat es keiner. Ich war dann eben auf dem Internat und ich habe dann auf einmal ein ganz gutes Abitur da hingelegt und alle waren so, wow, du hast ja voll die Kurve bekommen. Also das war 2005, da war ich dann 20, 21 und alle waren so, wow, wow, irgendwie was für eine Wandlung und so. Und ich dachte immer nur, oh Gott sei Dank, fing das irgendwie, glaube ich, auch an mit den Schauspielern, dass ich so dachte, ja, okay, dann studiere ich jetzt was. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal da das geschafft habe mit der Schule. Mittlerweile weiß ich das auch. Aber ja, ich glaube, da wurde es nicht, es wurde eigentlich nie gesehen. Also alle Menschen in meinem Umfeld, in meinem näheren Umfeld, familiären Umfeld waren doch sehr überrascht, als ich letztes Jahr die Diagnose bekommen habe, die auch rückwirkend zu dieser Zeit schon wohl akut war. Alle haben mich halt so wahrgenommen als sehr, das war ja der Witz. Ich war immer der, der unterhaltsame Typ. Ich war der, ja, auch in diesem Klickenverband dann auch ein Typ, der die Leute zusammengehalten hat, als es dann zumindest vorbei war. Und war der Klassenclown. Ich war der, der immer ans Telefon gehen wollte und konnte, der den Leuten, wie hast du erzählen konnte, auch erwachsenen Leuten. Und ich war halt zeitgleich sehr, ich würde nicht sagen traurig, war halt irgendwie so stumpf, aber das hat mir keiner so richtig angemerkt. Du hast gerade nicht gesagt, welche Diagnose du bekommen hast. Wenn ich da kurz nachfragen würde. Ja, ich habe, also schwere Depressionen, weiß ich mittlerweile, dass ich die Anfang 22 hatte. Und es wurde eben auch diagnostiziert, dass ich über Jahre immer wieder in diese Phasen, Mittel bis schwere Depressionen gelangt bin. Das wurde dann irgendwie geklärt durch so eine Lebenslinie und so. Und das ist mir wie, da habe ich gedacht, ja klar, Alter. Ich habe halt immer gedacht, ich bin irgendwie so ein melancholischer Typ und bin so ein bisschen traurig. Aber es ist ja auch ein bisschen geil und habe immer so ernst geguckt und Mädels fanden das auch immer ein bisschen spannend und so. Und ich dachte immer, das ist ja ganz normal. Ich habe mich immer gefragt, wann wird das Leben eigentlich gut? Ich habe wirklich das ganze Studium. Das ganze Studium habe ich auch gedacht, wenn Leute davon gesprochen haben, ich bin voll, es ist irgendwie cool alles und so. Und im Großen und Ganzen geht es uns doch gut. Und dann habe ich immer gedacht so, was redet der denn da? Also tut der nur so? Oder warum ist es bei mir nicht so? Und dann habe ich gedacht, ja, dann sind die vielleicht weniger anspruchsvoll. Ja, ja, ja. Also irgendwas muss mit mir nicht stimmen auf jeden Fall. Und ich bin vielleicht einfach ein sehr nachdenklicher Typ. Und jetzt habe ich mit fast 40 begriffen, dass ich einfach die ganze Depressiv war. Und du hast ja jetzt die Diagnose erwähnt, auch Therapie erwähnt. Warum hast du dich irgendwann für Therapie entschieden? Und was für eine Form von Therapie war das? Mein Sohn ist geboren im Jahr 2020. Da habe ich... Herzlichen Glückwunsch. Das ist so wundervoll. Danke. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt als Rechtsanwalt in der großen Kanzlei gearbeitet und habe dann ein Jahr Elternzeit genommen mit seiner Geburt. Und ich weiß, dass es in den... Ich weiß noch, da war Lockdown und so. Und ich fing an, dann jeden Abend Wein zu trinken, weil ich irgendwie völlig überfordert war von der Situation mit meinem Sohn. Ich war aber auch überfordert von natürlich der Pandemie und dem Ganzen. Ich war auch überfordert von... Ich habe gerade diesen Job hinter mir gelassen und dachte auch irgendwie, oh, da kann ich jetzt auch gar nicht mehr wieder zurück. Ich weiß nicht, was alles passiert ist, aber es ist dann, glaube ich... Ich sage, jetzt mittlerweile weiß ich, dass die Geburt meines Sohnes war, hat es mir nicht mehr erlaubt, meine Kompensationstechniken, die ich ja über Jahrzehnte erlernt hatte, meine Strategien, die konnte ich nicht mehr aufrechterhalten. Und das habe ich deutlich gespürt, dass es mir wirklich immer schlechter ging. Und irgendwann war... Dann ist meine Tochter geboren. Also ich habe mich zwei Jahre dann noch, anderthalb Jahre damit rumgeschleppt so. Wahnsinnig viel gestritten mit meiner Frau, wahnsinnig zurückgezogen von Freunden. Meine Freunde habe ich schlecht geredet von mir selbst. Ich habe mir Sachen ausgedacht, warum die jetzt scheiße sind und warum die über mich lästern bestimmt. Und dann ist meine Tochter geboren im Oktober 2022. Und dann war die kein Zehn Tage alt und dann musste die ins Krankenhaus, weil die dieses RS-Virus hatte. Und dann musste die auf die Intensivstation und musste beatmet werden. Und das ist dann nochmal so ein kleines Trauma, was ich mir dann da abgeholt habe. Und dann, spätestens dann, ging gar nichts mehr. Und dann im Frühjahr 2022, es gab einen Auslöser, über den ich nicht sprechen will. Okay, klar. Und dann habe ich gesagt, okay, es geht jetzt nicht mehr. Und zum Glück hatte ich auch Maria an meiner Seite noch, die gesagt hat, es gibt hier eine Therapeutin, zu der ich manchmal gehe, geh doch auch mal dahin und sprich mal mit der darüber. Und dann bin ich da hingegangen und dann hat die irgendwie gesagt, ja, Psychotherapie. Und ich so, hä, ja, echt? Ja, okay. Also bis dahin keine, kein, nicht einmaler, okay, nur wenn wir wissen, du sitzt da und sagst, okay, was soll ich jetzt machen? Ich kannte ja, also in meiner Familie sind Depressionen ein Thema. Mein Großvater hat sich suizidiert wegen Depressionen. Und ich habe aber immer das so aus der Ferne so ein bisschen betrachtet. Und dann haben wir gesagt, ja, wow, aber also ich habe das ja nicht, also ich habe das überhaupt nicht auf mich bezogen. Man kann ja auch relativ wenig mit Depressionen anfangen, wenn man nichts damit so zu tun hat in dem Sinne. Also wenn es, klar, jeder kennt irgendwie den Begriff oder vielleicht auch Leute, die depressiv sind, aber ich finde, es ist sehr schwer, sich da, also das so mit einem sehr, ja, es ist total abstrakt, genau. Aber genau, erzähl mal weiter, wie das dann, also du sitzt dann da und denkst erst mal, okay, what, Psychotherapie? What the fuck? Okay, ja. Und dann habe ich aber, also ich habe schon natürlich weiter gemerkt, dass es mir sehr schlecht geht. Ich habe nichts mehr gebacken bekommen. Ich habe, mir ging es gar nicht gut und dann dachte ich, okay, wenn ich Psychotherapie mache, dann kriege ich wahrscheinlich Antidepressiva, weil offensichtlich habe ich vielleicht doch Depressionen und dann habe ich über mehrere Kontakte eine Ärztin angerufen und habe gesagt, ich, bevor ich jetzt einen Therapieplatz suche und so und das dauert bestimmt ewig und ich will jetzt, jetzt sofort Hilfe. Nee, stimmt gar nicht. Und dann habe ich mit, mit einem Bekannten gesprochen und habe dem davon erzählt und der hat zu der Zeit auch diese Probleme gehabt und dann habe ich auch erstmalig mich so damit anein gesetzt, was sind Depressionen und der hat gesagt, hier, er macht Microdosing und LSD. Okay. Und dann habe ich am nächsten Tag damit angefangen, weiß ich noch, ich habe das gezielt gemacht in einem, da bin ich mit meiner Familie in Urlaub gefahren, nach Italien und ich habe vorher gedacht, wie soll ich diesen Urlaub überleben? Auf gar keinen Fall schaffe ich das, weil meine Kinder waren ja in der Kita oder betreut tagsüber und das war für mich überlebensnotwendig, weil ich hätte es, also die Wochenenden waren für mich, ich hatte Angst vor dem Wochenende, und ich dachte also, 48 Stunden mit meinen Kindern und das schaffe ich einfach nicht und dann war halt dieser Urlaub und ich dachte, oh wow und dann habe ich in diesem Urlaub gezielt mit dem Microdosing begonnen und ich habe es mit meiner Frau besprochen, hatte aber davor auch diese Ärztin konsultiert und hat ja gesagt, du musst mir jetzt ein Antripsium verschreiben und die hat das auch gemacht so, ohne dass ich bei der Therapie war. Welches war das? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ich habe das Rezept noch zu Hause in der Kiste liegen, aber ich habe jetzt lange nicht drauf geguckt. Marie hat es mir ausgeredet, ich habe es, ich wollte es ihr eigentlich gar nicht sagen, ich dachte so, ich nehme das jetzt und dann geht es mir besser und dann ist es auch allen geholfen und dann habe ich aber irgendwie aus vielleicht Vernunftsgründen doch mit Marie darüber gesprochen, die ist sehr sauer geworden, hat gesagt, das kannst du nicht machen, du musst jetzt mal eine Therapie machen und der will dir dann schon sagen, ob du dann Antripsium willst und dann habe ich aber gesagt, ich halte es nicht aus, das Gefühl und ich hatte dann sehr viel Glück einen Therapieplatz, der war nach dem Urlaub und ich habe gedacht, in den Urlaub kann ich nur fahren, wenn ich irgendwas mache und dann habe ich dieses Microdosing-LSD probiert und es hat sofort geholfen. Krass. Und dann danach, im Mai war das 22, habe ich dann meine erste Therapiesitzung gehabt und seitdem mache ich das auch, bei dem bin ich weiterhin und habe dann erst, ja, das hat auch noch ewig gedauert, bis ich verstanden habe, ich habe es eigentlich erst in der Tagesklinik dann gerafft, wie es mir geht. Krass. Lass mal gleich zur Tagesklinik kommen, eine Sache will ich dir nicht mehr sagen und zwar, was ich krass nachvollziehen kann, ist das Gefühl von, weil das finde ich so ein krasses Beispiel, Urlaub ist ja eigentlich was Schönes, man steht in den Urlaub, auch mit den Kids und so, eigentlich ein schöner Gedanke, aber was ich so krass kenne, ist dieses, Gott, wie soll ich das schaffen? Ja, die stehen halt super früh auf, da machst du sie fertig für Strand, da ist die ganzen Tag, bist du ja busy mit den Kids, ja, und es ist so, also kannst du mal kurz, wie, wie, wie ist genau dieses Gefühl? Kannst du das, weil ich habe so auch schon heute mal drüber geredet, aber beschreib mal, so tiefgehend, was fühlt man dann? Wie, woher kommt diese, diese, dieser Frust, dieses, ich schaff's nicht, wie fühlt sich das an? Es ist ganz viel, es ist Scham, warum kriege ich das nicht hin? Liebe ich meine Kinder nicht? Warum will ich, warum will ich die ganze Zeit von meinen Kindern weg sein? Also im Alltag war es, aufstehen, mein Sohn hat unruhig geschlafen, ich bin früh wach geworden und hatte sofort Angst, so vor dem, was jetzt von mir verlangt wird, weil ich konnte ja nicht mal, ich konnte ja gar nichts. Ja, man kann ja nicht. Aber es musste ja passieren. Und das war aber auch, muss ich noch kurz einschieben, ein Grund, warum ich dachte, ich kann keine Depressionen haben, weil ich funktioniere ja noch. Und ich dachte immer, wenn ich eine Depression habe, dann kann ich ja gar nicht mehr aufstehen. Aber wenn Kita war, dann habe ich es halt gerade noch geschafft, meinen Sohn in die Kita zu bringen und war dann, habe dann immer auf die Uhr geguckt und hatte Angst vor 15 Uhr, wenn ich ihn wieder abholen muss. Oh Gott, ich kenne es so gut. Also es war Scham so, warum, also was ist mit mir los? Und es war, also körperlich, diese Angst, es hat sich alles zusammengeschnürt, wenn ich an die Situation gedacht habe, wo ich dann, wo mein Sohn wieder weint oder wo ich es nicht schaffe und es war eine Überforderung, es war Scham, es war Angst, es war, ja, es war einfach jede negative Emotion eigentlich, aber am größten war wahrscheinlich die Scham so und dieses Gefühl der Unzulänglichkeit und warum kriegen das andere hin und ich kriege das nicht hin und was ist da eigentlich los? Ich habe das ja nicht mit irgendeiner Krankheit in Beziehung, ich dachte einfach, so bin ich und jetzt bin ich Vater und ich kann das ja gar nicht. Krasser Hilflosigkeit, Völlig hilflos. Ganz, ganz schlimm. Aber das Gute, das nochmal so zu besprechen, auch für die Leute, die vielleicht eben nicht wissen, was mit ihnen los ist da draußen, die es vielleicht hören und jetzt denken, ah okay, ich könnte das ja mal prüfen. Hagen, sehr gerne. Ich wollte nochmal kurz, das habe ich gerade so berührt, was du gesagt hast, mit Angst vor 15 Uhr und so, bei mir war es ja die Sucht und ich habe diesem Doppelleben dann mal ausgerechnet, also ich kann eigentlich alle Gefühle zu 90% unterschreiben und wollte eigentlich nur sagen, wie viele Gemeinsamkeiten denn doch die Suchterkrankung mit der Depression hat. Wir sind alle drei keine Ärzte, aber in vielen Gruppen, mit denen ich saß, auch mit Doppeldiagnosen, das überschneidet sich von der Gefühlswelt. Ich hatte ja auch dann am Ende eine Suchtdepression, ich habe wochenlang nur geweint unter dieser Scham, aber dass man diese Hilflosigkeit, ich bringe mein Kind weg und bin froh, wenn es in der Kita ist, klar, Eltern, die nicht krank sind, sind auch froh, weil sie dann ihren Job machen oder man muss ja auch den Akku aufladen, nur die Gefühlswelt, die wir drei dann hatten, ich fasse uns mal kurz zusammen, weil ich das raushöre, war halt so, ey, wie soll ich den abholen? Wie soll ich das schaffen? Weil ich, wann kommt meine Partnerin zurück? Wann kann ich wieder konsumieren? Für mich war ja die Lösung, die Droge, und eben nicht der Rauschrausch, sondern einfach, um zu überleben. Wenn ich morgens aufgewacht bin, war, wie hole ich mir jetzt, wie soll ich durch den Tag kommen? Dieses berühmte Beispiel von, wer nicht abhängig ist, konsumiert, ist bei null, ist dann bei hundert. Wenn man abhängig ist, hängt man bei minus 5000 rum und kommt mit der Droge nur gegen null und funktioniert dann. Ja, dann kann ich Essen kochen, das klingt jetzt richtig, das ist richtig fies und man schämt sich dann und dann kann ich, weißt du, die Zeitungen lachen uns manchmal aus und machen, denn ich konnte nur noch Staubsaugen mit Kokain. Ja, Leute, das ist aber eigentlich keine Headline. Das ist ganz, ganz bitter. Ja, ich konnte nämlich all das nur dann machen und deswegen wollte ich kurz teilen, weil der größte Schmerz, den ich halt auch habe, ist, das habe ich gestern erst, oh Gott, ich habe ihn glaube ich zwei, drei Mal abgeholt und er war irgendwie der Vorletzte. Weißt du, oh Gott, die Scham, Alter, die Scham. Das ist doch scheiße, sind die da mit den letzten zwei und die Kita-Leute denken sich schon so, hey, wieso, was ist denn los? Aber ich konnte ihn nicht vorher abholen. Nicht, weil ich vielleicht so intoxikiert war, sondern weil ich mich so geschämt habe für alles und zu Hause so viel gestritten wurde. Aber ey, wollte ich ihn ja eigentlich die ganze Zeit haben. Ja, Das ist so, man hat die Scham, ist doch schlimm, meine Tochter wirft mir heute noch vor, wo ich einmal auch viel zu spät habe. Ja, das bleibt ja auch. Sie saß da alleine auf der Bank, ey, mit den Erziehern irgendwie und man fühlt sich wirklich wie ein Stück Scheiße einfach dann. Dann biegen wir mal jetzt ab in die Klinik. Lass uns mal die emotionale Route jetzt verlassen. Sag mal die Überschrift für den jetzt folgenden Teil, die Klinik. Hat sie dein Leben verändert? Erlösung vielleicht. Offenbarung, glaube ich. Oder sagen wir, keine Ahnung, Erkenntnis. Ich habe da halt erst alles gerafft. Das ist aber erleichternd, ne? Das ist so erleichternd, ja. Wow. Ja. Wie kamst du zu dem Konzept der Tagesklinik? Ich habe, ich weiß noch, dass ich, es muss auch im Frühjahr 2022 gewesen sein, als es mir dann sehr schlecht ging, da habe ich das Buch von Kurt Krömer als Hörbuch gehört. Liebe Grüße gehen raus, dann Kurt. Sag bei uns im Therapiezimmer. John und ich haben es gelesen und haben dann den Podcast gewonnen. Das haben wir noch nie erzählt. Liebe Grüße, Kurt. Du bist eigentlich mit der, also ein Impuls des Podcastes. Entschuldigung, Sebastian. Ein Stück weit hat mich das gerettet, weil er hat dann von seiner Krankheit erzählt und ich habe in ganz vielen Momenten dem gedacht, warte mal, hä, das ist doch bei mir, ist er gekillt. Krass. So, warte mal, vielleicht bin ich ja doch krank so. Und dann hat er aber erzählt von seiner Zeit in der Klinik und dann weiß ich noch, ich hatte das auf dem Ohr, war mit meinem Sohn spazieren in der Trage und war auf einmal völlig euphorisiert. Ich dachte so, wow, es gibt vielleicht irgendwo, wo ich hingehen kann, dass es mir besser geht, als es mir jetzt geht. Und dann bin ich nach Hause und habe Marie erzählt, ich, also, ich habe das Buch gehört und der war irgendwie ein paar Wochen in der Klinik und ich musste es auch machen. Ja. Und Marie so, wie soll das gehen? So, sie hat mich halt nicht ernst genommen, was ich jetzt nicht vorwerfe, weil sie wusste ja nicht, was mit mir los ist und wie es mir aussieht und ich konnte es ja auch verstecken einigermaßen. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, das könnte ich auch machen, obwohl ich vorher schon mal mit so einer Klinik in Berührung gekommen bin, auch im Familien-Background, aber da habe ich das nie mit mir bezogen und dann hat es aber noch sehr lange gedauert, leider. Und dann habe ich aber in meinem näheren Umfeld jemanden, weil dann habe ich gedacht, ich kann nicht acht Wochen nicht bei meiner Familie sein. Ich kann nicht, meine Kinder nicht sehen, obwohl ich ein bisschen auch dachte, es wäre ganz gut und ich fände es sogar ganz geil, dachte ich, das kann ich nicht sagen. Ich kann mir das nicht rausnehmen. Ich kann nicht sagen, dass ich das aushalte, meine Kinder zwei Monate nicht zu sehen. Weil was denken die anderen denn von mir, dass mir das leicht fiele oder so? Ja, stimmt. Und dann habe ich aber mitbekommen, dass jemand in meinem erweiterten Bekanntenkreis in so einer Tagesklinik war und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und dann wurde mir klar, das ist für mich eine Option. Dann hat es aber leider immer noch ein paar Monate gedauert, bis ich diesen Schritt gegangen bin, um mich da anzumelden für ein Erstgespräch. Das habe ich dann gemacht und dann hat der Psychiater im Erstgespräch gesagt, ja, schon gut, dass Sie hier sind. Und hat dann auch, keine Ahnung, nach 60 Minuten gesagt, haben Sie mal über ADHS nachgedacht? Und ich so, also jetzt nicht auf mich bezogen, wieso? Ja, und dann hat der gesagt, da war ich zum Glück, ich weiß nicht, ob es Glück war, da war ich schon etwas raus aus diesem sehr tiefen Tal. Aber, weil ich schon Gesprächstherapie hatte, ein halbes Jahr, oder ein Jahr, aber ich hatte immer noch das Gefühl, trotz Gesprächstherapie einmal die Woche. Das war eine ansässige Therapeutin für Verhaltenstherapie? Ja, das ist ein Therapeut für Verhaltenstherapie, genau. Und er hatte immer in dieser Therapie immer das Gefühl, das ist super, mit dem zu reden und der hat dann immer, was fühlen Sie jetzt und so und hat schon viele Probleme erkannt, aber ich glaube, den Kern des Problems hat er eben nicht erkannt und ich hatte irgendwie das Gefühl, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen mehr rein und dann ging es mir aber schon besser und dann hat er gesagt, ja, Sie sollten kommen, Sie sollten jetzt auch nicht ewig warten, aber Sie können auch beruflich und familiär das so regeln, dass Sie irgendwie innerhalb der nächsten Wochen eben kommen. Und dann habe ich erst gedacht, okay, ich mache es nach dem Sommerurlaub, aber kurz vorm Sommerurlaub habe ich gemerkt, ich packe auch den Sommerurlaub nicht und dann bin ich statt Sommerurlaub Mitte Juli letztes Jahr in die Klinik gegangen. Wie ist denn da Sonntag? Man kommt, ich bin morgens angekommen, dann gibt es eine Morgenrunde auf der Station, auf der ich war, dann treffen sich alle mit den TherapeutInnen und dann gibt es die Morgenrunde, dann muss jeder sagen, wie er sich fühlt, wie er geschlafen hat und was gestern therapierelevant war und dann ist die Morgenrunde vorbei, wenn das jeder gesagt hat und dann... Wie eine Befindlichkeit quasi. Ja. Ich weiß noch, wie ich am Anfang dachte, hä, wie ich mich fühle. Ja, gut. Ja, ja, Ahnung, und dann habe ich das natürlich nach einer Zeit erst gerafft, was das alles soll und ja, und dann gibt es halt Gruppentherapie, Einzeltherapie, Musiktherapie, Kunsttherapie, all das und ich weiß, es sind die ersten zwei Wochen, das wurde mir auch angekündigt von der bekannten Person, die das schon mal durchgemacht hat, dass das vielleicht erst mal befremdlich ist und ich weiß noch, wie ich in der Kunsttherapie saß und dachte, ey, ich soll jetzt hier malen, mir wurde doch mein Leben lang eingetrichtert, ich kann das nicht und ich fand das alles, ich habe mich überhaupt nicht da zugehörig gefühlt. Ich dachte, ich habe ja auch in den Gruppentherapien dann die Geschichten gehört von den Menschen und ich dachte so, fuck, die sind ja richtig am Arsch, was soll ich hier, ich gehöre nicht hin, ich bin voll der Heuchler, was soll ich hier. Und dann nach zwei Wochen kam aber irgendwann nach einer Einzeltherapie so der Breakdown, dass ich so, da ist irgendwas aufgegangen, da habe ich irgendwas gerafft und dann war ich sehr, sehr traurig, sehr, sehr viele Tage und Wochen und habe dann aber auch zeitgleich, ich war traurig, weil dann kam alles irgendwie so hoch, sehr viel hoch, aber es war auch gleichzeitig eine wahnsinnige, so, ich habe mich zum ersten Mal selbst so kennengelernt, so, ich wusste auf einmal, okay, da war irgendwas los mit dir, du bist gar nicht der Typ, für den du dich immer gehalten hast. das ist, ja, das ist ja, nur ganz kurz, das ist ja auch was, wo man, wo man denjenigen, für den man sich immer gehalten hat, ja verlässt auch und es ist ja auch, also es ist ja, also da stirbt ja auch was, hoffentlich, also nämlich das sozusagen, was man eigentlich nicht ist und ich glaube, es ist auch richtig, das auch zu betrauern, weil es ist erst mal sozusagen ja auch ein Verlust einer gewohnten Sache, die man sein Leben lang irgendwie mit sich trägt und natürlich bricht da einiges auf und auch wenn man sozusagen in, ja, wenn es ein Neustart ist, trotzdem ist es auch, kann man sich ja auch betrauen, man merkt ja, wie traurig man eigentlich ist. Davor ist man ja immer, wie du schon sagst, denkt man, okay, ich bin vielleicht ein melancholischer Typ oder whatever, aber das ist ja ein trauriger Moment und da darf man auch trauen. Ich finde das auch ganz wichtig und ich finde auch ganz, ganz wichtiger Punkt ist, an alle Leute, die uns zuhören, wenn du einen Schmerz spürst, dann spürst du den und dann ist der gerechtfertigt. Völlig egal, ob es jemand anderem viel schlechter geht und ob der das erlebt hat und derjenes. Dein Schmerz ist dein Schmerz und deine Trauer ist deine Trauer und es ist scheißegal, was die verglichen zu anderen Menschen bedeutet. Es ist Schmerz ist Schmerz, Trauer ist Trauer, Punkt. Jeder, der sich scheiße fühlt, hat ein Recht darauf, dass es ihm besser geht und jeder hat auch ein Recht darauf, dass es ihm mal scheiße geht und das ist egal, was die anderen dazu sagen oder wie man sich da vergleicht. Ich finde es einfach ein wichtiger Punkt, weil ich dachte auch ganz oft, ich bin hier nicht richtig. Mic drop. Danke. John. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig das ist, weil mich und ich glaube, viele andere Menschen hält es einfach davon ab, sich Hilfe zu suchen oder zu erkennen, dass es einem schlecht geht, wenn man das immer sich nicht eingesteht und wenn man auf Menschen hört, die sagen, das ist der wesentliche Punkt bei mir gewesen, dass ich das nicht, ich habe mich selbst nicht, selbst für Sorge habe ich dann gelernt, in der Tagesklinik ist mein Thema so, das ging mir völlig ab und ich habe mir das nicht zugestanden, dass ich krank bin. Ich bin es auch nicht wert, darüber zu reden, ich bin überhaupt nichts wert. Und ich bin es nicht wert, eine Krankheit zu haben, weil ich bin anscheinend ein scheiß Typ, so that's it, aber ich bin bestimmt nicht eine Krankheit schuld, weil das ist ja auch wie eine, ich konnte mich halt, ich konnte nicht zulassen, mich damit zu entlasten, dass ich krank bin. Also Tagesklinik fünf Tage die Woche? Ja, morgens geht man hin, neun Uhr und meistens geht man so um 16 Uhr wieder nach Hause, das ist wie so ein Arbeitstag. Genau, und wie ist das, wie läuft das dann ganz kurz mit der Familie ab, wie habt ihr das, habt ihr, weil ich, habt ihr abends darüber gesprochen, was in der Therapie ist oder eben nicht, weil man kann, weißt du, ich weiß noch, als ich angefangen habe, Therapie zu machen, ich war ja auch mal so, bevor ich stationär war, habe ich mal so eine Verhaltenstherapie auch gemacht, so ein paar Monate, eigentlich auch nicht wirklich ernst genommen, aber ich habe mir einen Satz von dem Therapeuten, der gibt mich aus dem Kopf und zwar, weil ich saß dann da und man sagt so, ja, meine Paarerin hat mich gefragt, das war 2014, das ist schon lange her, was habt ihr denn geredet? Und ich sage so, zum einen fühlt sich das komisch an, dir das jetzt zu sagen, zum anderen, wenn ich es dir sage, ist es total belanglos für dich und dann meint der Therapeut, ja, aber das ist, hören sie auf damit, also A, müssen sie es ihnen nicht erzählen, sondern das ist ja unsere, ihre Therapie, da müssen sie mal gucken, wie sie das regeln und B, sich selbst als belanglos zu kodieren, ist ja schon wieder der erste Fehler auch, weil ich habe mein Recht auf meine Gefühle und das sind ja nun mal meine Gefühle, nur wenn du das dritten sagst, was auf Therapie heute war, dann denken sie, ja, was machten wir da den ganzen Tag? Das habt ihr besprochen? Das ist doch nichts, also das kann, das pass auf, jetzt komm, das hättest du doch mit mir auch besprechen können und da interessiert mich mal, also das hat jetzt nur keiner gesagt, aber so habe ich das auch von, ich weiß noch, wie mein Vater bei meinte, wie du machst jetzt Therapie? Ich bin doch, der ist auch tätig in so einer Art Umfeld. Keine Grüße gehen raus. Und dann kannst du auch sagen, ja, dann hättest du auch mit uns reden können. Und ich so, das ist bescheuert. Also die Frage ist, wie hast du den Therapiealltag dann zu Hause gemanagt, ohne dass sich das kollidiert? Also zum einen hatte ich Glück, dass Marie mir dann viel abgenommen hat mit den Kids und zum anderen hatte ich aber leider auch eine sehr schwere Phase in der Beziehung mit Marie dann. Will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber Marie und ich hatten keine gute Verbindung in der Zeit. Ich habe sehr viele Freunde reaktiviert, die ich so vorher verstoßen hatte und also ich habe die gar nicht reaktiviert. Die sind auf mich zugekommen, als sie das gehört haben und ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie das gemacht haben. Die haben mich genervt, bis ich die getroffen habe, weil ich wollte die ja nicht sehen. Aber im Großen und Ganzen habe ich, glaube ich, die Arbeit auch in der Tageslinik gelassen. Ich weiß nicht, das ist natürlich vielleicht auch ein großer Unterschied zu einer Klinik, wo man übernachtet. Ich konnte nur mit den Menschen in der Klinik auch über die Klinik sprechen, so richtig, weil ich habe das, was du beschreibst, diese, was soll ich dir das jetzt erzählen? Also A, verarbeite ich das gerade für mich und will das jetzt nicht nochmal wieder kauen auf irgendwie... Auf eine Short Version. Ja, genau, das geht ja auch gar nicht. Und B, hatte ich auch häufig das Gefühl, wenn ich jetzt, wenn ich auch Menschen erzählt habe, dass ich jetzt in Therapie bin, meinen Eltern, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, meinen Eltern das zu erzählen, weil ich dachte, oh Gott, da machen die sich Vorwürfe und dass sie das nicht gesehen haben und so. Ich hatte dann auch ganz viel Scham und wollte Leute auch schützen, so davor. Dachte auch immer, ich muss die schützen, ich will denen nicht erzählen, wie schlecht es mir wirklich geht. hat mich auch echt schwer getan, dann mal so ab und zu damit rauszurücken, was da so alles an die Oberfläche gekommen ist und das habe ich ehrlich gesagt auch immer noch. Also ich kann wahnsinnig gut jetzt mit euch darüber sprechen, aber selbst mit sehr engen Freunden kann ich schwer über die Diagnosen sprechen und das fällt mir sehr schwer immer noch, weil ich immer noch denke, die nehmen mich nicht ernst. Wie wichtig, wir wollen Leuten draußen Mut machen, ja, Selbsthilfegruppen zu besuchen, Therapie, sich über Therapie zu informieren. Kannst du mal sagen, wie ist das denn, mit jemandem zu sprechen, der die gleiche Erkrankung hat? Wie, weil du meintest, du konntest mit den Leuten auf Therapie, über die Therapie und über die Erkrankung sprechen. Es ist halt mit Menschen, deswegen gibt es ja Selbsthilfegruppen und das Konzept von Gruppentherapie, ne? Ja, für mich war das Lifesaving. Ich kann das gar nicht erklären, vielleicht könnt ihr das auch bestätigen, das ist, klar, ich war da in einem Kontext, wo klar ist, die haben ähnliche Probleme wie ich. Ich musste die gar nicht kennen und ich habe mich von denen mehr gesehen gefühlt als von allen anderen Menschen außerhalb der Klinik. Man sitzt im selben Boot, ne? Man merkt es einfach, ja. Das ist doch schön, dass du das genauso beschreibst. Da kriege ich gerade Gänsehaut, weil das habe ich halt auch da auf Therapie gemerkt. Total. Und dachte, hey, es gibt Hilfe, es gibt Hoffnung. Du bist nicht allein, wir sind nicht allein. ganz genau. Also ich hatte die, mit die emotionalsten Momente in der Klinik, in der Gruppentherapie von Menschen, wo ich sagen würde, wenn ich die in einem Kontext außerhalb der Klinik getroffen hätte, in irgendeiner Alltagssituation, hätte ich gesagt, was soll ich, also, da habe ich jetzt nichts zu tun mit dieser Person. Das waren ganz unterschiedliche Personen. Wir haben kein Common Ground. Ja, genau. Aber eben doch. Äußerlichkeiten vielleicht sogar, traurigerweise. Ja, ja, leider. Und dann, da, da spürt man das, weil es eben offensichtlich ist, dass sie die Probleme teilen. Aber ich kann nur sagen, jeder, der irgendwie das Gefühl hat, der kann sich niemandem anvertrauen oder ist nicht wert, darüber zu sprechen oder irgendwie sich wiedererkennt in den Sachen, die er behandelt, einmal irgendwie so eine Gruppentherapie oder irgendwas und dann spürt man das schon sehr schnell, diese, ob das eine Verbindung gibt und so. Also, das hat mich gerettet und es hat mich komplett überrascht. Also, ich war darauf nicht gefasst. Ich dachte, Gruppentherapie, wie unangenehm. Wie unangenehm, jetzt mit fremden Menschen darüber zu reden und es war so toll. Ja, es ist toll. So eine Erleichterung. Ist das schön zu hören. Das sind doch wundervolle Worte des Abschlusses, würde ich sagen. Jetzt haben wir ja nicht viel über ADHS gesprochen, aber das werden wir ja dann irgendwann wiederholen. Du kommst nochmal, Sebastian. Sag doch mal ganz kurz, bevor wir zur Playlist und sonst noch alles kommen von John, wie geht's dir jetzt? Jetzt geht's wirklich gut. Richtig gut ist dann wieder ein Gefühl. Ich fühle mich mit euch sehr verbunden. Ich fühle mich erleichtert. Ich habe jetzt viel geweint, dann fühle ich mich immer irgendwie erleichtert danach. Ich bin sehr beschwingt jetzt. Dann reden wir jetzt über Musik. John, was gibt da was? Ja, wir haben eine Playlist, die sich da wucht und flüchtig schimpft und wir hätten ganz gerne zwei Tracks von dir für diese Playlist, für den Genuss unserer Hörer. Was hast du uns da mitgebracht? Ich habe, ich muss jetzt mein Handy anmachen, weil ich vor vier Tagen, Samstag, Samstag habe ich ein Lied entdeckt, das hat mir ein Freund unbeabsichtigt, wie er sagt, geteilt, weil ich habe ihm meine Kopfhörer gegeben, um diese Kopfhörer ausprobieren. Und er hat dieses Lied angemacht und dann habe ich gedacht, was hat er jetzt da gehört? Und seitdem habe ich das ungefähr 50 Mal gehört. Es ist von Orville Peck und heißt Dead of Night. Und es ist ein Wow. Aber was für ein Song. Da bin ich sehr gespannt jetzt. Du musst die laut hören. Wird addiert? Ja, entweder auf guten Kopfhörern oder mit einer guten Stereoanlage oder guten Boombox, was auch immer. Und dann wollte ich eigentlich Demons von The National draufpacken. Ich weiß aber nicht, ob das zu negativ ist dann insgesamt und würde anbieten, ihr sucht aus Another Day in Paradise von Phil Collins noch. Oh, der könnte schon da sein? Weil ich im Urlaub dann ist er gut. Ja, mega Lied. Wenn ich das noch kurz sagen, ich war gerade im Urlaub und es war der erste schöne Urlaub, den ich hatte. Ach Gott, wie schön. Glaube ich. Zumindest in den letzten 20 Jahren und ich konnte meinen Kindern beim Spielen zusehen und daran teilnehmen. Und ich habe dann immer dieses Lied gehört und war das toll. Deswegen. Wie wundervoll. Das ist so schön zu hören. Also das Leben kann nämlich auch gut sein. Ja, muss man aber festhalten. Holt euch euer Leben zurück. Oh ja. Wie man das vielleicht machen könnte, das erklärt uns jetzt John Cook in seinen Ausgangstipps. Tipps und Tricks. Fällt ja noch. Tipps und Tricks. Was fehlt da noch? Ich will noch ein Knöpfchen, was gedrückt wird. Ja, warte mal. Lass mich doch mal zu Ende modulieren. Jedenfalls, wie man sein Leben vielleicht ändern könnte, erzählt uns jetzt John Cook mit Tipps und Tricks. Und Sebastian, es gibt dort diesen roten Knopf. Könntest du den bitte drücken? Mal hier, der da. Den? Den, den. Den? Achso. Dankeschön. Ganz wundervoll gedrückt. Vielen Dank. Ja, wenn ihr euch angesprochen fühlt von dieser Folge, von dieser Geschichte, wenn ihr ähnliche Gefühle kennt, wenn ihr tiefe Trauer kennt, die ihr euch nicht erklären könnt oder natürlich auch, wenn ihr Probleme mit Konsummitteln habt, dann wendet euch an professionelle Stellen. Es gibt die Drogenberatungsstellen, es gibt den Hausarzt, es gibt Psychotherapeuten und Psychiater, an die man sich wenden kann, gerade bei Depressionen. Für alle mentalen Probleme gibt es natürlich Selbsthilfegruppen und auch für andere Themen. Schaut euch da um, Google ist euer Freund. Und es gibt natürlich die Therapieeinrichtungen. Jetzt heute haben wir von der Tagesklinik erfahren. Es gibt die stationären Therapien, es gibt andere ambulante Therapien. Ganz, ganz viel. Schaut euch da im Internet um oder sprecht, wie gesagt, mit Ärzten und an anderen Stellen, wo man sich Informationen holen kann und ihr könnt auch gerne diesen Podcast weiterempfehlen. Denn wenn ihr Menschen kennt, die Hilfe brauchen, dann könnt ihr da vielleicht der Einfluss sein, der den letzten kleinen Schubs gibt, um vielleicht sich Hilfe zu holen. Und genau, es gibt Menschen, die gerne helfen. Das System ist voll von Menschen, die leidenschaftlich gerne im Job arbeiten. Ich glaube, sonst würde man wahrscheinlich auch keinen Job ansucht im System haben. Genau, richtet euch an diese Menschen, ergreift die Hände, die ausgestreckt werden und wir verbleiben mit einem. Bleibt sauber. Bleibt sauber. Bleibt sauber. Seit Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom rbb. B.